Laut Bibel muss ich dir sagen, ja, weil ich nicht zum Herrn Jesus Christus gehöre. Aber ich komme ja nicht zu euch Jesiden und stelle euch vor die Wahl, so wie es Allah in Zuge 9 Vers 5 verlangt, verstehst du? Da bin ich den Christen dankbar, da bin ich den Christen von Herzen dankbar, dass ihr das nicht macht. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, dass ich dich lieben soll, verstehst du? Du kannst mir den Weg zeigen, verstehst du, du kannst mir den Weg zeigen, dass es der richtige Weg ist, ob ich da hingehe oder nicht, das ist meine Sache. Aber beim Moslem hast du keinen anderen Wort, ey, mit dem Mohammed oder Kopf weg. So sieht das aus und deine Gefolgsleute haben das am eigenen Leib zu spüren bekommen, was Islam bedeutet. Zuge 1929, als der islamische Staat genügend Männer hatte und Macht und Power und haben den Islam mit Schrecken und, du weißt schon was, durchgesetzt, ne? Ja, 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 ja. Unglaublich. Ja, mit. Auf jeden Fall, ich küsse deine Augen und Gott und Gott und Jesus, bei dir seid ihr Kraft geben und mach ruhig so weiter, ja? Ich wünsche mir von Herzen, dass du selber dir Zeit nimmst für die Evangelien, dass du Jesus Christus kennenlernst, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Dann mach's gut, ja, mein Lieber. Okay, ciao. Ja, nochmal zum Betonen, in unseren Augen sind auch all diejenigen, die nicht zum Herrn Jesus Christus gehören, Ungläubige. Aber mit dem Unterschied, dass wir nicht hingehen und sie total bedrängen und ihn aufzwingen, unseren Glauben anzunehmen. Nein. Wir haben den Auftrag bekommen vom Herrn Jesus Christus, jeder Kreatur das Evangelium zu verkünden. Was er daraus macht, ist seine eigene Sache. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wenn jemand nicht eure Botschaft hören will, so putz deine Füße und geh weiter. Er hat nicht gesagt, geh und halte das Schwert an seinen Nacken und verpass ihm Nackentherapie. Nein. So wie Mohammed das gesagt hat, wise to be safe. Umir tu anu ba'atil anez hatta yashadu an la ilaha illallah. Nein. Wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert, sagt der Jesus. Mag das Schwert ein. Ja, Salami. Merhaba, Habibi. Dort segne dich nur deine Familie. Alles klar, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. André Jesus. So, ich wollte dich mal noch was fragen, Habibi, wenn es geht. Wenn du mich lässt. Wenn nicht, dann kannst du mich rausschmeißen. Ich wollte dich nur, dass du uns erklärst, weil du bist Ex-Muslim, ne? Weil du bist Ex-Muslim, also wie du dich hier beschrieben hast. Was bedeutet denn Al-Fatihah auf deine Angelegenheit? Was meinst du damit, du musst dich genau ausdrücken? Was bedeutet denn, übersetzen Al-Fatihah, weil du Muslim warst? Ich soll dir Al-Fatihah übersetzen? Ja, weil du Muslim warst doch. Ich kann doch kein Arabisch. Das heißt, jeder Araber, der auf einmal Al-Fatihah nicht übersetzen kann, ist kein Muslim. Nein, nein, weil du Muslim bist, normalerweise musst du wissen, was das heißt, die Surah Al-Fatihah, oder? Oder möchtest du, dass ich das vor dir rezitiere? Nein, nein, du musst uns erklären, was bedeutet denn diese Surah Al-Fatihah? Was heißt das denn, weil du Ex-Muslim warst? Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich kein Arabisch kann. Möchtest du andere arabische Sätze für uns erklären, beziehungsweise übersetzen, wenn du das nicht kannst, bist du kein Muslim? Nein, nein, weil du bist doch Muslim, Alhamdulillah. Und normalerweise warst du Muslim, aber jetzt erklär uns bitte, was bedeutet denn wörtlich Surah Al-Fatihah? Ich kann das nicht für dich übersetzen, habe ich doch gerade zu dir gesagt. Ich kann das für dich rezitieren, ja? Ja, aber das Problem ist, warum, wenn du, du warst nie Muslim und hör auf die Leute hier anzuschreifen. Also alle, also 99 Prozent der Muslime, die nicht Arabisch sprechen, sind und Al-Fatihah nicht übersetzen können und Arabisch nicht übersetzen können, sind keine Muslime. Hör auf die Leute hier zu verarschen, du verarschst die Leute gerade hier, Ex-Muslim, nehmt das bitte weg. Blamier uns Muslime nicht, weil du warst nie Muslim, du kannst die Surah nicht mal Al-Fatihah übersetzen. Das ist wirklich Dummheit, das ist wirklich Dummheit, das ist wirklich Dummheit, das hat die ganze Zeit in Dummheit zu schaum gestellt. Das heißt mit anderen Worten, das heißt mit anderen Worten, dass jeder, der Al-Fatihah nicht übersetzen kann, kein Muslim ist. Also 99 Prozent, die Arabisch nicht sprechen und das nicht übersetzen können, sind alles Kufat. Aber die wissen, was das heißt. Aber die wissen, was das heißt. Aber du weißt es halt nicht. Al-Fatihah bedeutet die Eröffnende. Ah, so jetzt auf einmal weißt du, was das heißt. Du hast doch gerade nicht gesagt, dass ich dir Al-Fatih übersetzen soll, du bleibst. Ey, der ist bekloppt, der Typ. Er sagt, ich soll ihm Al-Fatihah übersetzen, aber der sagt sich mir, was bedeutet Al-Fatihah? Ja, guck mal, wie dumm, wie dumm muss man nur sein. Guck mal, wörtlich, was bedeutet Al-Fatihah denn wörtlich? Habe ich doch gerade zu dir gesagt, Al-Fatihah bedeutet die Eröffnende. Du wolltest aber, dass ich Al-Fatihah für dich übersetze. Aber was heißt denn Eröffnende, was musst du denn eröffnen? Was für eine Blamage, ey. Aber du blamierst dich doch gerade. Was für eine Blamage, ey. Da musst du dich ausdrücken, deutsche Sprache, schwere Sprache, ey. Übersetzte Al-Fatihah. Soll ich die ganze Suche für dich übersetzen oder was? Da musst du sagen, übersetz mir die ganze Suche Al-Fatihah. Unglaublich. Was der da gesagt hat, meint er, übersetz mir mal die Al-Fatihah. Soll ich jetzt die ganze Suche für dich übersetzen oder was willst du von mir? Da hätte er einfach nur sagen sollen, übersetz mir das Wort Al-Fatihah. Was bedeutet Al-Fatihah? Da habe ich dir gesagt, okay, kann ich dir übersetzen. Das bedeutet die Eröffnende. Nein, du wolltest die Muslim. Hör auf, die Leute zu verarschen. Wie, der Klopp muss man nur sein, ey. Wie, verrückt muss man nur sein, bitte, ey. Der kann sich nicht mal richtig ausdrücken. So schwer ist die deutsche Sprache. Gott sei Dank hast du mich reingenommen. Gott sei Dank. Also du bist ja mal, warum bist du denn so abgehoben? Du bist doch ein Sohn Gottes, oder? Du weißt. Du willst doch, dass alle sich lieben und jeder sich mag und keine Ahnung was. Aber du bist ein richtiger Hetzer. Du bist der, der uns teilt. Du spaltest uns. Jetzt kommt wieder Sternzeichen Frankfurt. Leute, Sternzeichen Frankfurt. Erzähl bitte. Das sind die Muslimas von heute. Guck mal, wie die reden. Nein, guck mal. Wie Männer, wie Typen reden die. Guck mal, wie Jungs reden die. Sie haben nichts mehr frauliches in sich. Ganz Katastrophe. Achso, das steht im Koran bestimmt auch, ne? Das steht bestimmt auch nicht. Sehr, sehr traurig. Das macht mich sehr traurig. Dass ihr seid wie Männer. Ihr seid wie Männer. Dein Gott geht kacken und pissen, mein Lieber. Dein Jesus. Habt ihr das gehört? Guck mal, wie eine Muslima redet. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ja, unser Prophet. Stand auf dich. Ich hoffe, du gibst viele, viele Rinder als Kabel. Vergiss nicht, erwachsene Männer zu stillen. Ciao. Wenn diese armen Eurushicha-Muslime nur wüssten, dass die eines Tages in ein Ninja-Kostüm gezwungen werden und wenn sie verheiratet sind und ein Kollege von ihnen zu Besuch kommt, so müssen sie hier die Dings rausholen und den Mann stillen. Damit sie Stillverwandtschaft herstellen. Rinal kapieren. Das ist Islam in seiner Abscheuligkeit. Oh, komm raus mit den Busen und tu in meinen Mund hinein. Halal-Busen. Halal-Busen. Oh, das ist die Suche, Al-Buse. Wer hat Lust, dass die Buse in meinen Mund hineinkommt? Wir müssen praktizieren, Riddal-Kabir, damit wir mahram werden und füreinander verboten sehen. Und füreinander verboten sehen. Viel, viel Busen geben. Fünfmal am Tag fünf Stillgänge. Aber sie wurden abogiert durch die Zehen. Komm, hol jetzt raus und steck in den Mund hinein. Wie fertig muss man nur sein mit dieser Religion? Wie kann man sowas überhaupt noch ernst nehmen, ey? Mit Riddal-Kabir? Ist das Moral, wovon wir hier sprechen? Moral? Du gibst also deine verheiratete Frau her, damit sie die in einen Mund von einem Erwachsenen steckt? Hier oben. Jeder kann das nachlesen. In Sunan Ibn Maja hat es 1943. Amir, Gottes Segen, hi. Gottes Segen, auf jeden Fall. Der Chat ist gerade durchgedreht, als du diesen Stillvers gesungen hast. Aber warum haben die so ein Problem damit? Das sind ihre Schriften. Ja, natürlich. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn das wirklich so ist und die Müslimer Stillen eines Erwachsenen praktizieren dürfen, TikTok-sportlich, dann muss man diese Religion absolut sofort ablehnen. Sofort. Die Eiche selber, die hat erwachsene Männer gestillt. Ja, wo finden wir das? Das mit Fascheln von denen. Michal Zahe Wusnev. Im Band 5 auf der Seite 522, wenn ich mich nicht täusche. Oder Sahih Muslim 1453a. Der Autor des Buches ist Musa Lahim Shahin. Sahih Muslim 1452 und 1453a, findest du das auch? Aber nicht nur das. Der Autor von dem Buch, Fatal Munim, die Erklärung zu Sahih Muslim, da sagt der Typ im Band 5, auf der Seite 522, müsste ich aber nochmal nachschlagen, da sagt er, ja, mit der Erlaubnis von Mohammed hat Aisha die Männer der Korayisch gestillt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Du kennst doch diesen ägyptischen Schech, der sich dafür eingesetzt hat, dass er wieder in den Koran reinkommt. Natürlich, die ganzen Muslime waren außer sich. Wahnsinn. Da auf einmal, liebe Menschen, da müsst ihr euch mal vorstellen, Leute, da müsst ihr euch mal vorstellen, dass es einen Schech in Ägypten gab, der sich dieser Problematik zwischen Mann und Frau in einem Raum angenommen hat und auf einmal den Hadith in Sahih Muslim gelesen hat, dass eine Frau den erwachsenen Mann dann halt stillen muss, ne, TikTok-sportlich. Und dann hat er das als Fatwa rausgehauen, die ganze islamische Welt war außer sich. Aber was soll der Arme denn machen? Und das soll eine Offenbarung von Gott sein. Das soll eine Offenbarung von Gott sein. Der möchte, dass deine Frau fremde Männer stillt. So sieht's aus. Okay, hast du noch was zu sagen, Paul Band? Nee, ich wollte dir gestern danken für die schöne Debatte. Die war echt lustig. Wir haben gesehen, dass wir im 21. Jahrhundert erwachsene Männer sich hinstellen müssen und eine Ehe zwischen einer 6-Jährigen und einer 57-Jährigen verteidigen müssen. Äh, totaler Katastrophe in Deutschland. Ja, traurig. Die Muslime im 21. Jahrhundert haben in ihrem Buch in Zuge 65 Vers 4, dass die ein Baby heiraten dürfen, TikTok-sportlich. und die müssen dann halt abwarten, so wie Mohammed mit 9. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Drückte Zeiten in Deutschland. Amir, ich höre dir von unten zu Gottes Segen. Danke, dass es mich hochkommt. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich in deine Familie. ich habe eine Frage, hast du schon das ganze Geld zusammenkratzt für die Shisha-Bar, die du öffnen wolltest? Was sagst du? Hast du das ganze Geld schon zusammenkratzt für die Shisha-Bar, was du öffnen wolltest? Ja, ich habe ja gesagt, ihr werdet meine Ehrengäste. Ich werde für euch die beste Shisha-Bar aller Zeiten herstellen. Dann könnt ihr nicht nur Shisha rauchen, sondern Gebetsraum ist auch direkt nebenan. Smoke and Pray. So wird mein Laden heißen. Smoke and Pray. Sowohl kannst du dir schön eine Pfeife gönnen. Nebenan ist der typische Automat. Und dann, wenn du auch Lust hast, deine Sünden dann in einem Gebet zu Allah zu bereuen, habe ich auch einen Gebetsraum für euch fertiggestellt. Smoke and Pray. Das wird meine Kette sein. Bei Dr. Scheer Abu Amir. Smoke and Pray. So heißt mein Laden. Smoke and Pray. Geil, ne? Mit Busen-Halal-Prozess. Da warten in dem anderen Raum dann die ganzen Hudelein, die dann euch stillen werden. So sieht es aus. Smoke, Pray and Suck. Smoke, Pray and Suck. SPS. Smoke, Pray and Suck. Hallo? 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 Do you want to talk with me? With Dr. Scheer Abu Amir? It's me. Who want to talk with me? I sing a song for you. Okay, dann nicht. SPS-Steuerung. Kennt ihr das? SPS-Steuerung, womit man Ampeln regelt. Ich habe das auch, SPS-Steuerung. In meiner Shisha-Bar. Ich schalte dann auch direkt von Shisha zum Gebet und dann auch zum Saugen. Schaltung, Rot, Gelb und Grün. Ich kann nicht mehr erinnern. Das ist heftig. Diese Morningshow mit Dr. Scheer Abu Amir ist schon Dings geworden. Kult. Legendären Status. Legendärer Status. Ich will schlafen. Der Arme haben die und seine Familie. Da kommt das Kind rein und sagt, ich will jetzt schlafen. Der war auf einmal voll unter Schock, habt ihr es gesehen? Und dann hat der schnell das Mikrofon ausgewacht und gesagt, verschwinde. Der hat die hundertprozentig angeschrien. Hundertprozentig, weil der in Rage war. Da haben die. Ganz, ganz trauriger Fall. Ganz trauriger Fall. Heftig. Der gute alte Hansi, ehrlich. Der gute alte Hansi, der uns sagen will, dass das, was er da gefärbt hat, dunkelbraun ist. Also für mich wirkt das wie Pechschwarz. Wie wirkt denn sein Bart für euch? Ist das dunkelbraun oder ist das schwarz? Könnt ihr mal bitte reinschreiben, welche Farbe hat Handys Bart? Schönen guten Tag. Guten Tag, mein Lieber. Wie geht's dir? Heiliger Hansi, mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe eine Frage. Wie ich das verstehen kann, du warst einmal Muslim, jetzt bist du, was bist du jetzt? Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, ein wiedergeborener Christ. Okay, okay. Meine Frage ist, ist das korrekt, was du tust, die Religion zu beleidigen? Was machst du denn zum Beispiel, wenn Mohammed Religion beleidigt? Sagst du das auch zu ihm? Mohammed ist nicht da. Ich frage dich. Ja, ich sage ja. Findest du das gut, dass jemand dann über andere Religionen redet und sowas macht oder was? Wenn jemand Christentum beleidigt, oder wie? Oder jetzt? Ja, eine Gemeinreligion, nicht nur Christentum. Nein, nein, das finde ich nicht gut. Ja, was hältst du denn von einem Mann? Stell dir mal vor, ich sage zu dir, wenn du stolz bist auf Allah und seine Religion, dann geh und weiss in den P.I.N.S. von Allah. Was würdest du von mir sagen? Denke. Dass du ein verlorener Mensch bist. Dankeschön, das hat nämlich dein Prophet gesagt. Sehr gut gesagt. Was hat er gesagt? Das hat er gesagt. Du hast gerade deinen eigenen Propheten vernichtet. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich, weil du hast Gehirn, du hast Verstand, du bist ein intelligenter Mann. Du hast das begriffen. Hör mal zu. Ich rede jetzt von dir. Ja, ich sage ja. Genau. Du bestuldigst mich, dass ich beleidigen würde, obwohl ich nur aufkläre, obwohl ich nur aufkläre und die Muslime nicht persönlich so beleidige und alles Mögliche. Lass mich ausreden. Ja, du hast mich doch gerade etwas gefragt. Soll ich dir antworten oder willst du keine Antwort hören? Du hast dich gestummt. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Kannst du mir zeigen, wo das steht? Ja, zeige ich dir sofort. Dass unser Prophet gesagt hat, ihr sollt, wem in den Penis beißen? Von anderen Göttern in den PENIS beißen. Wo steht das? Von Vater, von deinem Vater. Geh und weiß in den PENIS von deinem Vater. Wo steht das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß, das wäre sehr, sehr schwierig. Das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Aber das hat er wirklich gesagt. Was du, findest du das schlecht, was er gesagt hat? Bitte? Findest du das schlecht, was er gesagt hat? Ja, natürlich finde ich das schlecht, was er gesagt hat. Oder findest du das gut, was er gesagt hat, Geh und weiß in den PENIS deines Vaters? Warum tust du das? Was denn? Ich habe nicht gesagt, Geh und weiß in den PENIS deines Vaters. Beleid ist unsere Religion. Warum? Bitte was? Du beleidigst die ganze Zeit den Islam. Warum? Nein, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Nein. Weswegen? Nein. Nein, ne? Das ist so. Nein, das ist nicht so. Guck mal hier. Da sagt der Mohammed in Al-Jami As-Sarir Band 1, Seite 47. Ist jemand stolz auf seine vorislamische Abstammung? So beleidige ihn und sag ihm, er soll in den PENIS seines Vaters beißen. Was hältst du davon? Das werde ich persönlich nachlesen. Okay. Hast du dir aufgeschrieben, wo man das findet? Nein, sag's mir nochmal. Moment. Ich muss mir vorhin. Warte, was? Al-Jami As-Sarir Band 1 Seite 47 Okay. Al-Jami As-Sarir Band 1, Seite 47. Ja. Guck mal, wie Abu Bakr redet. Guck mal, wie Abu Bakr redet. Pass mal auf. Kannst du... Warte, lass... Sayy al-Bohradi. Schreib es dir auf. Sayy al-Bohradi. Schau doch auf dich selbst. Okay, schreib es dir auf. Guck mal, wie die Sahaba und Mohammed reden. Guck mal, wie die Sahaba... Jetzt kannst du den Spiegel nehmen und das auf Mohammed und die Sahaba so anwenden. Aber schau doch, wie du redest. Schau, wie du redest. Ja, jetzt schämst du dich gerade. Merkst du? Jetzt schämst du dich, weil Mohammed das gesagt hat. Jetzt kannst du mich ja dafür anmachen, wenn ich zum Beispiel die Religion kritisiere, oder? Aber schämst du dich, wie du redest? Nee, ganz und gar nicht. Wo rede ich denn schlecht über dich? Rede ich schlecht über dich? Die Religion beleidigst du die ganze Zeit. Ja, aber du siehst ja, dass der Menschen beleidigt, der Mohammed. Du beleidigst du, du, du. Ach, sagst du gar nicht. Dann bist du ein Lügner. Dann bist du ein Lügner. Okay, wo habe ich beleidigt? Sag mir. Die ganze Zeit. Ich bin seit 10 Minuten hier drin. Nenn mir ein Beispiel. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich will es die ganze Zeit hören. Nenn mir ein Beispiel. Wenn ich du wähle, Ich rede doch mit einem vernünftigen, erwachsenen Mann. Nenn mir ein vernünftiges Beispiel. Wenn ich du wäre, würde ich mich schämen. Wirklich. Okay, danke dir für das Gespräch. Man merkt, du hast keine Argumente. Und das war... Tag. Tschüss, Adam. Ja, er macht mir einen Vorwurf, dass ich den Islam beleidigen würde, wenn ich ein wenig Kritik an den Suren und an Mohammeds Verhalten dann äußere. Und das nennst du dann beleidigen. Guck mal, was für ein Auffassungsvermögen. Das ist unglaublich. Oder wenn ich sage, ob ihr damit einverstanden seid, dass eure Frauen sich entblößen müssen und dann ihre Dings in den Mund von jemand anderem reintun. TikTok-sportlich. Und das nennst du dann beleidigen, obwohl es da drin steht. Das kannst du doch keinem mehr erzählen. Hans, ist klar bei dir? Ja, natürlich. Ich küsse dein Herz bei Gott. Dings, Bruder. Ich will was sagen. Der Islam. Ich will den Zuschauern sagen. Der Islam ist ein Terror. Eins, das war's. Weil der Islam, ich bin selber, ich bin, äh, ich war selber Muslim. Und ich komme aus dem Irak halt. Und... Kannst du Arabisch? Ja, normalisch kann Arabisch. Und... Und in Irak werden Jesiden und Christen verfolgt. Die werden jeden Tag, jeden Tag die Kopf abgehackt und dann namens Allah, die sagen, TikTok-sportlich, bitte nicht so was sagen. Sag, bitte nicht so was sagen, bitte. Du musst das, du musst das ein bisschen anders formulieren. Sag mal Nackentherapie. Ja, welcher Mensch tut das? Welcher Gott sagt zu diesen Menschen, die sollen so was tun? Das sind keine Menschen. Für mich ist das... Ja, das ist kein... Der Mohammed ist kein Prophet. Das ist, das ist einer, einer Typ, der sich geil gemacht hat, der elf oder zwölf Frauen hatte, der sich vermehren wollte. Das ist das, das Islam. Die vermehren sich und dann machen die die Scharia. Deswegen habe ich die AfD gewählt und die AfD ist das Beste. Die AfD kann auch nichts regeln, mein Lieber. Ich bitte dich, komm. Ich würde sowas hier nicht hören, deswegen habe ich AfD gewählt. Ich respektiere dich als Menschen, aber wir machen hier keine Werbung für Politik oder sowas. Amir, schönen guten Morgen, mein Bruder. Friede Gottes sei mit dir. Auch mit dir, Bilal. Wie geht's dir? Gut, danke dem Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Ich habe mich gestern mit meiner Schwester ein bisschen unterhalten. Wir sind so das alte Testament wieder durchangehend, weil wir geistig wachsen möchten. Jetzt habe ich doch mal eine Frage an dich. Könnte ich dich gerade stellen? Hast du so viel Zeit? Bitte was? Ich wollte dir eine Frage stellen, deswegen, weil wir haben gestern darüber geredet, vom alten Testament, da ging es um einen Vers, der würde mich gerne interessieren, was du dazu sagen wirst. Ja, okay. Dann lies mal vor. Was mit dir? Also es ging darum, als die Eva verführt wurde von der Schlange, also versucht wurde und sie bisher in diese Frucht, also hat er von diesem Baum genascht, dann wurden ja beide, später von dem Herrn, wurden die ja verbannt vom Garten. Aber als erstes spricht ja der Herr zu der Schlange, der sagte zu ihr, zu der Schlange, durch deinen Samen und der Samen der Frau wird dann eine Person kommen, die dir den Kopf zertreten wird und du wirst ihm in die Ferse stechen. Genau. Das ist doch eine Prophezeiung an Jesus, dass er kommt, oder nicht? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Amen. Da waren wir doch richtig. Halleluja. Danke, Jesus. Dann schon direkt von der Schrift. Das ist nämlich die Prophezeiung auf die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus, als sie dem Herrn Jesus Christus in den Fuß das reinschlagen, in die Ferse. Amen. Dann ist es schon von ganz Anfang, da waren die Menschen doch gar nicht erschaffen worden, von Jesus seine Dinge gekommen. Die ganzen Geschichten im Alten Testament sind eine Vernichtung auf jede Religion, die es nur wagt, eine neue Religion zu erfinden und sich auf die Bibel zu berufen. Weil jede einzelne Geschichte kannst du so perfekt wiedergeben, wie auf den Herrn Jesus Christus passt. Eins zu eins. Meinst du, Gott ist ein Idiot und letztlich von den Leuten aufs Glatteis führen, ist das Wahnsinn, Mann. Natürlich. Ich danke dem Herrn, ich danke dem Herrn, dass ich aus diesem muslimischen Geist raus bin, ganz ehrlich. Und Leute, alle hier im Skript sind ja, die Bibel, das Wort, hat immer die Wahrheit. Man muss es nur verstehen und desto mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr versteht man. Ich bin seit 2003 zwar bekehrt, aber schaut mal, ich habe heute erst erkannt, also gestern eigentlich, aber jetzt habe ich die Bestätigung gekriegt, dass die Prophezeiung von Herrn Jesus sogar vom Sündenfall her schon gesagt wurde. Was für eine Gnade. Halleluja. Was für eine Gnade. Amen. Amen. Sei der Herr, nicht ich, der Herr. Alles der Gebührte der Herr. Amir, mach weiter so. Ich sage dir ganz ehrlich, guck mal, ich war, Amir, wenn du möchtest, kann ich dir auch mal privat schreiben, ich war mal bei diesen Engeln, weißt du, eine Zeit lang. Ja. Und als ich den Herrn angenommen und Kinder gekriegt habe, dann bin ich dann mit gutem Gewissen halt nicht aktiv mehr. Aber wenn du irgendwie Drohung kriegst oder so, kannst du mich gern kontaktieren, mein Bruder, weil du hast den Herrn hinter dir. Ja, du weißt ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, mein Lieber. Wir haben gegen die Pizza nicht gekämpft. Ich weiß, viele Geschwister haben ja schon geschrieben, falls irgendwas ist. Ich habe ja schon wie so eine Armee. Amen. Und du hast Gottes Armee hinter dir mit Gebet. Gott ist ja an der Seite. Okay, mein Bruder, ich gehe dann raus, fahre langsam und sei in Gottes Segen. Amen. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich auch. Danke dir für deine Zeit, mein Lieber. Danke, danke, danke deiner Zeit. Danke. Okay, mach's gut, Bidai, ciao, Bruder. Ja, ich komme sofort wieder hier, wundervoll. Leute, drei, zwei, eins, jetzt alle tippen, bis ich wieder da bin. Jetzt alles mal sieben. Ich bin, bei dir von der rescue, das rein, das lebt. Bis dahin dir, Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Er ist den ganzen Tag nur am Schlafen, er kriegt Essen, Trinken, Schlafen, er muss sich um nichts kümmern. Krankenversicherung, das ist unfassbar. Der Hund lebt besser als Menschen in verschiedenen Teilen der Erde, das ist unfassbar. Aber auch er hat ein Recht zu leben, er ist auch ein Leben gewesen, das Recht hat zu leben. Ein kleiner Kacka hier. Du bist ein Kacka, bist du? Du bist ein kleiner Kacka, bist du? Eine riesen Kacka ist das. Der macht immer riesen Kacka, der kleine hier. Wir haben hier wie Satan Muslim geworden, indem er es sich selber gemacht hat. Mit dem PNAS in seinem Innenschenkel und mit seinem Vulva auf der anderen Seite. Jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen, was ist das? Guckt euch das bitte an. Wie geht sowas? Ich muss, äh, was ist das? Hier, TikTok, ich schnick's faden. Ich schnick's faden. Haben wir jetzt nur Beifahrer. 30.000 Likes in zwei Minuten, ey, Wahnsinn, alles zu spät. Zurzeit spinnt TikTok. Okay, ich geh raus und komm nochmal rein. Bis gleich. Guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, Schwester, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Wie geht's dir? Dankeschön. Ja, das freut mich. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, mein Lieber. Euch alle hier im Fett. Gott segne euch. Mariam, kannst du bitte den Hadith in Musnad Ahmad Band 1 Seite 399 vorlesen? Mit den Afrikanern, was ich dir geschickt hab damals. Ja. Und sag den Leuten, was damit gemeint ist, was diese Afrikaner mit Mohammed gemacht haben. Ja, ja, mit dem Zenedir. Ja. Genau. Moment, ich hol's. Ja, ihr Lieben, habt ihr gestern den Stream gesehen von Amir und Hamdi und Fingernägel-Lackera und so alle? Es war heftig, oder? Ja. So, ich hol das, mein Lieber, ja, weil ich hab das dann aufgeschrieben, ich bin gleich da bei dir, ja? Alles klar. So. 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 Mariam ist da. So. 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 Wie gesagt. So. Das ist diese Leute. So. 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 and. So. 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 Lies mal bitte vor, was der gesamte Hadith sagt. Ja genau, ich bin jetzt drin. Was machen schwarzafrikaner nackt auf Mohamed? Tiktok sportlich. Ihr habt das gerade mit euren eigenen Ohren gehört, was Mariam gerade liest. Und Mariam lügt euch nicht an. Sie ist keine Muslime, die hier irgendwie Taqriya praktizieren würde, nur um ihre Haut zu retten. Nein, sie liest das genau so vor, wie es da steht. Ja. Leise alayhum siyeb heißt es, die hatten nichts an, keine Kleidung. Keine Kleidung an. Richtig. Das heißt, die waren sehr groß und sehr dünn. Er hat gesagt, und dann kamen die, dann kamen die und dann haben auf ihn geritten. Schwarz-Afrikaner reiten nackt auf Mohammed rum, TikTok-sportlich. Und er hat gesagt, dann haben die ganze Zeit auf mich geritten und dann aufgeritten und dann haben sie sich immer so gedreht im Kreis über mich. Und dann hat er gesagt, und dann, wenn der Morgengrauen kam, also dann sind die, die haben mich dann verlassen. Die haben mich verlassen, so. Und da, in dem Moment, hat gesagt, als sie weg waren, hatte ich so heftige Schmerzen, mir war so kaputt, weil sie mich auseinander nahmen. Er hat gesagt, ich wusste nicht mehr. Habt ihr das gehört? Ja. Habt ihr das gehört, die Lieben? Diese Schwarz-Afrikaner waren im Adams-Kostüm und sie bestiegen Mohammed bis zum Morgengrauen. Wahnsinn, ne? Bis zum Morgengrauen. Er hat gesagt, ich verstand die Welt nicht mehr. Mein Körper war kaputt, in Stücke gerissen. So war das auf Arabisch hier. So sieht das aus. Und ihr hattet das eins zu eins von einer Arabisch-Muttersprachlerin, die nicht hier Takriya praktiziert, um euch zu täuschen oder sonstiges. Nein. Sie sagt so, wie es da drin steht. Ja, das sind Kaumusud. Ihr könnt schon mal nachschlagen, aufschreiben. Genau Kaumusud. Ihr kaput, der Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Unfassbar. Unfassbar. Wusstet ihr, dass die Muslime den PINIS von Mohammed anbeten in Suche 113, ihr Lieben? Die Leute wollen, dass ich das schreibe. Das ist Musnad Ahmed. Band 1, Seite 299. Genau, 299, Band 3. Schreibt das im Chat, die wollen das haben. Damit ihr seht, ihr Lieben, wir lügen euch nicht an. Oder wie, das ist echt so. Das ist ein Musnad Ahmed. Das ist ein Hadith, der authentisch ist. Band 3. Sehr gerne, ihr Lieben, sehr gerne. dressen. cover act rein. Das war's. Entschlägt ihr. Eben. Davorer. 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 Mundosi. Davorer. Davorer. ử. Davorer. 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 Ich lese gerade noch, also der Tafsir Atobori sagt, dass der Prophet wurde von, gemein damit, mit Qaumus Sud, dass sie halt Djinns sind, also diese Djinns. Und die haben auf ihn geritten, da steht, ah, und er sagt, dass es Djinns und Nicht-Menschen gewesen war. Okay. Tafsir Atobori erzählt so. Ja, aber das kann nicht sein, weil da sind ja so viele Tafsir, Tafsir Atobori, Pia, Bukhari, jeder sagt was an der Geschichte. Ja, natürlich, in beiden Fällen ist es eine Katastrophe, ob Djinns oder Menschen. Also die haben trotzdem auf ihn geritten. Ja, wir wissen ja, dass im Islam die Djinns mit dir und deiner Frau Verkehr haben können. Das ist heftig. Ja, natürlich. Und deswegen schreibt er hier, Tafsir Atobori, dass es Djinns waren, dass sie Verkehr hatten mit ihm. Aha, die Djinns haben Verkehr mit Muhammad, ja. Djinns haben nackt auf ihn rumgeritten. Ja, Tafsir Atobori, der erzählt das. Da waren Djinns. Ja. Danke dir, Tafsir Atobori. Ähm, ich werde nicht schweigen und ich bin stolz, dass ich ungläubig und mordet da. Ich bin eine stolze Mordet da. Ja, Ahmed? Okay. Und wenn du nicht schweigst, dann kriegst du ein Sturmstallpaket von uns. Wer möchte ein Sturmstallpaket? Ja. Wer möchte ein Sturmstallpaket? Achmed, du schweigst. Ja. Ja, wird sofort erledigt, oder? Ist hier jemand drinnen von euch, der Sturmstallpaket hat? Achmed, ja, hier. Er sagt zu mir, streich. So, jetzt muss auf die Ersatzbank, Achmed. Ja. Ja. Warum? Ist das nicht, dass wir zeigen halt diese Katastrophen? Ihr wollt einfach nur so bleiben, im Verderben. Bleibt in eurem Verderben einfach. Aber manche Leute trotzdem müssen halt wissen die Wahrheit. Und wenn du da in deinen Lügen bleibst, dann bleib einfach in deinen Lügen. Ja. 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 jetzt hat es aufgehört ich versuche das gerade hier zu finden ich versuche das gerade hier zu finden müssen wir das hier bei rock christian ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wie geht's dir, mein Liebling? Wie geht's dir, mein Liebling, hast du gesagt? Ja. Gut geht's mir, wie geht's dir? Ach gut. Was machst du? Ich hör dir zu, wie du Hasspredigen tust. Du hörst mich so, wie ich Hassprediger mache? Ja. Ja, einer muss ja Hexologie weiter betreiben, oder? Ja, natürlich. Ich find's immer lustig, ich muss immer lachen. Ja, siehst du, ich unterhalte dich. Da kannst du sogar noch was dazulernen. Das ist gut, das ist immer gut, ja. Ja, weil deine Imam und Shihos sind wirklich an. Aber weißt du, was mich so wundert? Wie können denn über 2,5 Milliarden Muslime den falschen Weg gehen? Wie schaffen die das? Wie zählst du denn die Muslime? Gehören die Shihiten auch dazu? Nee, Shihiten nicht. Mit Shihiten wären es ja 4 Millionen. 4 Milliarden. Ja, aber ihr wart doch gestern noch, ihr wart gestern noch 1,3 Milliarden. Und jetzt auf einmal seid ihr 2,5 Milliarden. Wie habt ihr euch denn so schnell vermehrt? Wo waren wir gestern 1,3? Kannst du doch mal googeln. Ja, ich sag mir immer, wir sind 1,6 Milliarden, 1,3 Milliarden. Jeden Tag eine andere Zahl, ey. Guck doch einfach Google, wie viele Muslime es gibt. Über 2 Milliarden. Ja, aber wie zählst du denn alle Zeit trotzdem in deinen Augen? Gehört jede Sächte bislang zu? Okay, wir sagen jetzt nur 1 Milliarde. Wir kürzen das ganz ab. Also laufen alle Menschen, diese 1 Milliarden laufen alle falsche Prophet oder was? Du bist der Einzige, der die Wahrheit sagt? Ich bin nicht der Einzige, der Bescheid weiß. Viele Menschen wachen weltweit auf. Durch das Internet. Ja, es gibt jetzt so wie du, du, Mary, Cäsar oder wie der heißt und dann noch andere, vielleicht so 10, 20 die Hass-Prediger sind und so, weißt du? Aber wir reden ja von Milliarden Menschen. Ja und, was machst du denn, wenn Milliarden Menschen alle ignorant sind? So ist das. Du musst bedenken, dass die Menschen sehr, sehr leicht gestrickt sind, mein Lieber. Sie möchten sich nicht umsetzen den Satz nachgehen. Also bedeutet, dass alle ignorieren dich? Nicht alle ignorieren mich, sie ignorieren ihre eigenen Schriften. Warum das? Was? Warum ignorieren sie ihre Schriften? Ja, weil sie dann natürlich ungläubig werden, beziehungsweise rausgehen aus dem Islam. Deswegen beschäftigen sie sich auch nicht damit. Ah, die haben Angst, dass die dann ermordet werden, ne? Stimmt ja. Damit unter anderem, du weißt ja, dass der Kopf der Muslimbruder, der, wie heißt der, der Cheikh, Cheikh Yusuf Al-Faddaou in einem Interview mit einem Fernsehsender gesagt hat, hätte man die Todesstrafe, TikTok sportlich, für Apostasie abgeschafft, gäbe es den Islam morgen nicht mehr, weil viele aus dem Islam austreten würden. Nur die Todesstrafe und Angst hält den Islam am Leben. Das bedeutet, wer Islam verlassen tut, den sein Kopf wird rollen, ja? Ja, super Religion. Warum rollt dein Kopf nicht? Ja, ihr könnt das noch nicht machen, am liebsten würdet ihr das machen. Aber die Muslime trauen sich das nicht, sonst werden sie hinter Gittern gebracht. Warum denn hier in Düsseldorf, Herne und so, trifft man dich, sieht man dich immer mit deinem weißen Sprinter? Warum wirst du da nicht gekidnappt und Kopf ab? Weil du ja angeblich die Religion... Es kann ja durchaus passieren, also du musst ja jeden Tag damit rechnen, ne? Ach, Bullshit. Bullshit? Also die Menschen haben nicht versucht, mich zu ermorden, TikTok sportlich. Keine Ahnung, vielleicht drohen sie dir Schläge an und dass du aufhörst mit dieser Lüge und dieser Hetze hier zu machen, aber Morden... Was ist denn daran Lüge und Hetze, wenn ich sage, das steht da und da? Ja, dass du sagst, wie so ein P-E-N-E-S-Z-Y anbeten und so ein Müll oder... Ja, noch raus, so ein Müll, um zu erzählen. Nicht, ich sage das, das bleibt die Suche 113, mein Lieber. Das sind immer so diese Sekten von euch, die einfach Informationen finden und das sind dann ein Buch oder eine Internetseite erstellen und sagen, so, das ist der Islam. Und dann, so Leute wie du, Hassprediger, richten sich nur danach. Das kannst du keinem erzählen, was für ein Pfannetyp. Wie fertig muss man so sein? Wie fertig kann man so sein? Das meine ich, siehst du, du bist der beste Beweis, was es heißt, ignorant zu sein. Und so wie du sind auch Milliarden von Muslimen, das war's. Du bist der beste Beweis, hast du gesehen? Heftig. Absolut geisteskrank, absolut geisteskrank. Wir reden noch davon, dass sehr viele Menschen, also Milliarden von Menschen ignorant sind. Und dann hast du da den besten Beweis der Rajan. Der auf einmal sagte, ja, was du machst, du holst aus Internet von Sekten und so. Also ich sage, das steht in Quelle da, im Buch da. Dann sagt er, ich habe das von Sekten. Schau dir das mal bitte an. Und so sind die Erben Millionen von Muslime weltweit, die das nicht anerkennen wollen, akzeptieren wollen. Und dann gibt es solche Wahnsinn, die versuchen das Ganze unter den Teppich zu kehren. Und dann gibt es schlaue Muslime unter ihnen, die den Wahnsinn erkannt haben und aus dem Islam austreten. Diese drei Kategorien. Ignoranz versuchen das Ganze zu erklären und austritt. Ich habe einen Anruf gekriegt. Ich komme gleich, ja. Daniel, hörst du nicht? Ich höre dich, Mariam, ja. Okay, ja, bis gleich. Ich habe einen Anruf gekriegt. Bis gleich, ihr Lieben. Okay, hat's gut. Ciao. Ja, ciao. 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 Grüße dich, Armir. Grüße dich, Armir. Gottes Segen und Frieden wünsche ich dir. Gottes Segen auch mit dir, mein lieber Gott. Segen und deine Familie. Armir, ich möchte dich nicht lange aufhalten. Ich wollte dir nur sagen, das, was du gestern Abend geleistet hast mit Gottes Kraft und dem Heiligen Geist, mega. Danke dir. Genau. Ich habe diese Jungs, die sind ja normal immer so wortstark und aussagekräftig mit ihren Aussagen. Ich habe die noch nie so unterdrückt gesehen. Ja, vor allem diesen Joker, der dann wirklich natürlich Privates da reinmischen wollte. Er hatte keine Aussagen mehr. Das habe ich wirklich, das war mega. Also ich habe wirklich mich gekugelt hier und wirklich, das war wirklich top. Also starke Leistung, mach weiter. Ja, ich habe die komplett mundtot gewartet und die wussten gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, und auch dieser Babylon war wirklich mega. Es war wirklich stark gestern und ich glaube, da wird jetzt die nächsten Tage nicht viel kommen von denen. Und so muss sie auch sein. Armin, ich wünsche dir alles Gute soweit. Wir hören uns mal wieder. Dir einen schönen Tag. Fahre vorsichtig. Ich danke dir, mein Freund. Machs gut. Dir auch. Ciao, ciao. Okay, ciao. Jetzt habe ich den Verstoß, aber das kann doch nicht wahr sein. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Ich kann nichts von dir lieben. Warte mal. Dass der Allah die Mariam als die gesegnete Frau von allen Frauen macht. Wenn also Mohammed der beste Mensch ist und der letzte Prophet, der Siegel aller Propheten, sollten dann nicht seine Eltern ehrenhafte, ehrenvolle Menschen gewesen sein? Nein, leider nicht. Sie waren Moschekin und sind zur Hölle gefahren. Das ist die bittere und traurige Realität. Deswegen sage ich dir, in Jesus Christus hast du natürlich das schönste Vorbild aller Zeiten. der Heilige, der Gerechte, der Wundervolle, der Erhabene, seine Majestät, Jesus Christus. Richtig, ihr Lieben? Sura 3, Vers 42. Ich zitiere in Allas Buch. Allah, Allahu Ekbert. Sura 3, Vers 42. Und als die Engel sagten, O Mariam, Allah hat dich auserwählt und dich reingemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Aha. Warum hat er dich denn Amina auserwählt vor allen anderen, wenn Mohammed doch der schönste und beste Prophet aller Zeiten ist? Nein. Er hat Maria ausgewählt, eine Jüdin. Ja, eine Jüdin. Und hat den Herrn Jesus Christus durch das ewige Wort von Allah in Maria eingehaucht. Guckt. Sura 4, Vers 471. Sura 4, Vers 171. Jesus Christus ist das Wort von Allah. Sura 4, Vers 471. Sura 4, Vers 471. Sura 4, Vers 47, Vers 482. Sura 4, Vers 481. Leute, seid ihr eingefroren? 3, 2, 1, jetzt. Alle zusammen, jetzt. Alles mal drei. Während ich am suchen bin. Könnt ihr tippen, ihr Lieben, ihr Wundervollen. Gott segne euch, ihr wundervoll Frikos für alle Ja, du ganz Vorfahren waren Juden Frikos für alle Nein Surah 471 Oh Leute, der Schrift übertreibt nicht in eurer Religion Und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus Al-Masih Issa Der Sohn Mariams Ist nur Allahs Gesandter und sein Wort Das er Mariam entbot Und Geist von ihm Ruh Der Herr Jesus Christus ist der Geist Und das Wort von Allah Ist das zu fassen? Er ist das Geist Er ist der Geist und das Wort von Allah Surah 4, 171 Wo war denn dieses Wort Als Jesus Mensch wurde? Wo war dieses Wort? Wo? Ah Das Wort war bei Gott Ach so Jesus war bei Gott Und das Wort war Gott Kennen wir eine Stelle aus dem Johannes Evangelium? Im Anfang war das Wort Das Wort war bei Gott Und das Wort war Gott Wenn die Muslime mir sagen Dass das Wort von Allah Erschaffen ist So kann Allah nicht Gott sein Sein Wort ist ewig Und somit ist Jesus Christus ewig So krass ist das im Islam Gottes Segen lieber Bruder Gottes Segen mach dir mein Lieber Ich bräuchte kurz deine Hilfe Einmal ganz kurz Und zwar konnten wir vorhin Einen angehenden Kometiten Seinen Kopf wieder gerade rücken Dass er das Sich noch zwei, dreimal überlegt Ich wollte nur wissen Wo steht nochmal Das im Koran Dass Jesus der Geist von Allah ist Und das Wort von ihm Ich bin jetzt reingekommen Entschuldigung Surah 4, 171 Ah ok Alles da, perfekt Ok, dann schreibe ich das kurz auf Das war es schon, lieber Bruder Ich wünsche dir Gottes Segen Er ist auch sein Wort Ich frage ihn Wo war denn dieses Wort Als der Als Jesus Christus Mensch wurde Wo war dieses Wort Ja, ja, ja Welche Fragen Klar, sicher Ich brauchte nur nochmal den Vers Also danke dir Bruder Ich wünsche dir doch Gottes Segen Viel Erfolg Und ich segne alle Menschen Die hier drinnen sind Und auch an die Nicht-Muslime Gottes Segen Amen Gottes Segen auch dir Amen Ciao, ciao Ja Ja, hier Dieser Bruder ist durch die ganze Arbeit Von mir auch zum Glauben gekommen Auch ein Nicht-Muslim Und hat den Islam verlassen Für Jesus Christus Hammer, ne Wie viele Leute Das ist das Unglaubliche Ah, mir kennt Koran besser als Momo Ja, aber echt Das ist heftig Der Alasch wird immer auf erschaffene Dinge Ist euch das mal aufgefallen Bei dem Stern Bei den Olivenbaum Bei dem Feigenbaum Immer Der Allah schwört auf erschaffene Dinge Obwohl der Gott der Bibel sagt Ich schwöre bei mir selber Allah schwört immer auf erschaffene Dinge Der Allah Das ist heftig Er ist es, der seinen Gesandten mit der Wahrheit herabgesandt hat Und dann spricht er Ich bin des Und dann sagt er Wir sind es Wer spricht alles im Koran Das ist so krank Das ist so krank Vielen Dank. Vielen Dank. Schlaf auswendig. Warte mal, das ist echt heftig. Viele von euch kennen das ja, ne? Als der Omar ebn al-Khatab diesen Wunsch äußerte und auf einmal der Allah mit einem Menschen übereinstimmt. Die Weisheit von einem Menschen sind auf einmal die Weisheiten von Gott. Musnad Ahmad, Hadith 157. Musnad Ahmad, Hadith 157. Musnad Ahmad, Hadith 157. Und hier heißt es. Es wurde überliefert, dass Anas sagte, Omar sagte, ich stimmte meinem Herrn in drei Punkten zu. Ich sagte, o Gesandter Allahs, warum nehmen wir nicht den Makam von Ibrahim als Ort des Gebets? Dann wurde der Vers offenbart. Und nehmt euch den Makam, Ort von Ibrahim, Abraham oder den Stein, auf dem Ibrahim stand, als er die Kaaba baute, als Ort des Gebets. Suche 2, 125. Und ich sagte, o Gesandter Allahs, sowohl Gerechte als auch Bösewichte betreten deine Frauen. Warum sagst du ihnen also nicht, dass sie den Hijab tragen sollen? Dann wurde der Vers des Hijabs offenbart. Das ist alles die Wünsche von Omar. Und die Frauen des Gesandten Allahs kamen aufgrund der Eifersucht zwischen ihnen zusammen. Und ich sagte es ihnen, wenn er sich von euch allen scheiden ließe, könnte es sein, dass sein Herr ihm an eurer Stelle bessere Frauen als euch geben würde. In Tahrim, Suche 66, Vers 5. Und so wurde es offenbart, wie ich es gesagt habe. Wahnsinn, ne? Die Worte von Omar ibn al-Khatab sind in Suche 66, Vers 5 gelandet. Das kann jeder von euch machen. Hier habt ihr das Arabische, jetzt seht ihr das nicht. Hier habt ihr das Arabische, ja, seht ihr das, ja, Mann. Das könnt ihr selber machen. Musnad Ahmad, Hadith 157. Der Muhammad hat genau die Worte von Omar in den Koran rein kopiert. Wahnsinn, ne? Aus dem Hadith in den Koran rein. Und es wurde so ausgedeckt, wie das. Three things. My lord agreed. My lord agreed. Agreed. Who was? Okay. Okay. Hier, die Katastrophe nimmt nochmal einen anderen Ausmaß an. Sahih al-Bukhari, Hadith 402. Und hier heißt es, ich zitiere, schaut euch das bitte an. Der Gott des Islams stimmt mit einem Menschen überein. Also die Weisheit von Omar, von Omar ibn al-Khatab ist die Weisheit von Gott, dem Allmächtigen. Schau mal hier. Mein Herr stimmte mit mir in drei Dingen überein. Ich sagte, oh Allahs Gesandter, ich wünschte, wir würden die Stellung Abrahams als unseren Gebetsort nehmen, für einige unserer Gebete. So kam die göttliche Inspiration und nehmt euch Menschen die Stellung Abrahams als Ort des Gebets. Für einige ihrer Gebete, zum Beispiel zwei Rakats, der Tawaf von Kaaba. Suche 225. Suche 2, Vers 125 ist der Wunsch von Omar ibn al-Khatab. Und dann kam der Allah und hat gesagt, ja, sehr gut gemacht Omar. Das nehmen wir mal so in den Koran auf. Und was den Vers über die Verschleierung der Frau betrifft, ihr Muslimas, warum ihr überhaupt Kopftuch trägt, ist der Grund, weil Omar ibn al-Khatab Sauda beim Kackamachen gesehen hat. Er hat gesagt, Sauda, ich sehe dich bei der Notdurft. Und dann hat er gesagt, oh Allahs Gesandter, ich wünschte, du hättest deinen Frauen befohlen, sich vor den Männern zu verstecken, weil Gute und Böse mit ihnen reden. So wurde der Vers über die Verschleierung der Frauen offenbart. Seht ihr? Die Muslimas, die denken so, ja, Allah hat mich davor bewahrt, dass andere Männer mich dann so angucken und so. Nein, das war einfach Omas Wunsch. Das war einfach Omas Wunsch. Das ist krank. Die tun mir sowas von leid, dass sie sich nicht damit beschäftigen, warum dieser Vers herabgesandt wurde. Und drittens, einmal bildeten die Frauen des Propheten eine Einheitsfront gegen den Propheten. Und ich sagte zu ihnen, wenn er, der Prophet, sich von euch scheiden ließe, würde ihm sein Herr Allah vielleicht alles geben, statt dir Ehefrauen, die besser sind als du. So wurde dieser Vers derselbe, den ich gesagt hatte, offenbart. Wahnsinn, ne? Sahih al-Bukhari, Hadith 402, Knockout für jeden. Omar ibn al-Khatab macht Verse im Koran, ihr Lieben. Jeder kann das von euch nachschlagen. Jeder kann das von euch nachvollziehen. Alle könnt ihr das machen. Sahih al-Bukhari, Hadith 402. Komm Leute, 3, 2, 1, jetzt knacken wir die 400.000. Jetzt, alle zusammen. 3, 2, 1, jetzt, jetzt knacken wir die 400.000. Komm, die 400.000 packen wir. Sehr gut, komm. Ihr seht also, der Omar ibn al-Khatab, er war der Auslöser, warum drei Verse im Koran geoffenbart wurden. Und sein Gott Allah stimmte mit Omar ibn al-Khatab überein. Zu glauben, dass Gott der Allmächtige mit einem menschlichen Wesen übereinstimmte, ist unglaublich. Die Weisheit von Omar ist die Weisheit von Allah. Sauda ist der Grund für die Offenbarung, äh, also der Hintern von Sauda ist der Grund für die Offenbarung im Koran. 34. 34. Zu lesen in Sahih Muslim, Hadith 2170D. Aufschreiben bitte. Sahih Muslim, Hadith 2170D. Ich mach das für euch, damit ihr das auch alles immer aufschreibt, falls ihr in Gespräch seid mit Muslimas, dass ihr ihnen das zeigen könnt, damit sie aufwachen aus ihrem Albtraum. Sahih Muslim, Hadith 2170D. Und Sahih al-Bukhari, Hadith 146. Und hier heißt es, Und hier heißt es, Ah, ich habe berichtet, dass die Ehefrauen des Gesandten Allahs im Schutze der Nacht immer hinaus ins Freie gingen, um dort zu Kacka machen. Umar ibn al-Khatab war es gewohnt zu sagen, Gesandte Allah, sagt ein Ehefrauen, sie sollen sich verhüllen. Doch der Gesandte Allah sagte nichts derartiges zu ihnen. Dann ging Sauda, Tochter von Sana, die Ehefrau des Gesandten Allahs, eines Abends, als es bereits dunkel war, hinaus. Sie war eine hochgewachsene Frau. Umar rief zu ihr und sprach, Sauda, wir erkennen dich. Er tat das in der Hoffnung, dass die Verschleierungsverse enthüllt werden. Aycha sprach. Allah, der Erhabene und Glorreiche, offenbarte daraufhin die Verschleierungsverse. Sahih Muslim 2170 D und Sahih Al-Bukhari 146. Merkt ihr jetzt, was für ein menschlicher Ursprung der Koran ist. Es hat nichts mit Göttlichkeit zu tun. Das ist eine Schande, wer mir sagt, dass der Islam etwas Göttliches hat. Der arme Pier Vogel, der arme Pier Vogel, der hat sich einen roten Bart wachsen lassen. Für sowas, guckt euch das bitte an. Der kann mir doch nicht sagen, dass er das alles nicht herausgefunden hat. Also Omar ist der Grund, warum Verschleierungsverse und die Gebetsrichtung, Verschleierungsverse und die Scheidung von Mohammeds Frauen. Das ist so krank, ey. Ja, das tut einem weh, das tut einem leid für ihn. Der wird für alle Ewigkeiten in der Hölle schmoren. 48, pass mal auf, was hier steht 48. Das ist so schön. Guckt euch das mal bitte an, wie die Leute den Mohammed als so ein Dings bezeichnen. Wie eine Frau, die in der Hocke uriniert. Das ist auch heftig. Sunan ibn Majah Band 1, Buch 1, Hadith 309. Sunan ibn Majah Band 1, Buch 1, Hadith 309. Sufjan al-Tawri sprach in Bezug auf den Hadith Aishas, der lautet, ich sah den Propheten stets im Sitzen urinieren. Folgendes, ein Mann versteht mehr darüber als sie. Ahmad bin Abd al-Rahman sprach, unter den männlichen Arabern war es üblich, aufrecht stehen zu urinieren. Aus diesem Grund heißt es im Hadith von Abd al-Rahman bin Hassan auch, er geht in die Sitzhaltung und uriniert wie eine Frau. Ja, der Aishas hat gesagt, glaub niemandem, der sagt, dass Mohammed im Stehen uriniert hat. Er hat immer nur im Sitzen uriniert. Ja, wundervoll. Tolle Weisheit. Da haben wir viel gelernt davon. Das war wir noch Verrückter Dr. Das war sogar. Das war schon. Das war schon. Das war schon. Was war schon. Und genau dazu. Ich hab schon gesagt, wir aus diesem Haus electromagnetic Barsch. Ich muss euch einige wundervolle Geschichten hier raus vorlesen. Ja, das ist zum Beispiel ein bezeichnender Vers, den der Hansi zum Beispiel geleugnet hat, ihr Lieben. Wisst ihr noch, als er konfrontiert wurde mit den Blondinen und das befindet sich im Koran-Suche 9, Vers 49 und die Auslegung dazu findet ihr in Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Al-Tabari, Band 14, Seite 287 und der sagt zum Beispiel folgendes. Dies meinte der Prophet in Koran-Suche 9, Vers 49, wo es heißt, erlaube mir zurück zu bleiben und verführe mich nicht. Er, der Prophet, sprach, greift die Stadt Tabuk an und nehmt euch dort die dortigen blonden Mädchen zur Beute. Da sprach ein Mann namens Al-Jad, erlaube mir zurück zu bleiben und nicht am Dschihad teilzunehmen und stelle mich nicht auf die Probe, erlaube mir zurück zu bleiben und verführe uns nicht mit diesen Frauen. Amir, wo kann man diese Taliban-Bücher kaufen? Im Taliban-Shop! Im Taliban-Shop! Nein, nicht Al-Thermidi, ich habe gesagt Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Al-Tabari, Band 14, Seite 287. Ja, auf meinem Hauptaccount bin ich jetzt bis zum 7. November gesperrt. Hamdi ist eifersüchtig, weil du gestern mehr Likes und Geschenke bekommen hast, wie alle zusammen. Ja, das war heftig. Ja. Da sagt er, die sind alle wegen mir gekommen, wegen Hamdi sind die alle gekommen, das ist unglaublich. Da haben die so ein... Ach, egal. Weiß nicht, was ich noch zu ihm sagen soll. Euer Dr. Schef, aber mir macht jetzt langsam Schicht im Schach, ihr Lieben, oder? Oder was sagt ihr? Wo ist mein Bruder? Wenn mein Bruder noch reinkommt, dann mache ich weiter. Alexa, antworte, ist mein Bruder mittlerweile da? Oh, der Dr. Schef, aber mir hat noch gar nichts gegessen, ihr Lieben. Der muss auch mal was zu sich nehmen. Einfach neun Uhr. Alexa. Alexa. Ist und kommt wieder, ja. Okay, dann machen wir, dann esse ich ein bisschen was und dann machen wir weiter mit dem Stream. Dann mache ich jetzt mal hier auf Mikrofon stumm und ihr könnt dann so lange, ja, weiter liken oder was. Ich möchte mich taufen lassen. Was muss ich vorher alles wissen? Lass dich von Leuten taufen, die an die Trinität glauben. Dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der gleich ewige Gott von E und E ist. Bismillah, nicht vergessen. Bismi Jesus, nicht vergessen. Bismi Jesus. Bismi Jesus im Namen Jesus. Die Muslime sagen Bismillah, wir sagen Bismi Jesus. Bismi Jesus. Alhamdulillah, Jesus. Wann gibt es die nächste Debatte? Ja, kommt immer drauf an, wer hier reinkommt, wer hier raus geht. Keine Ahnung. Die meisten wissen gar nicht, dass es mein Zweitaccount ist. Ich weiß nicht, die meisten Leute haben überhaupt, kriegen das nicht hin, zu sehen, dass ich auch einen Zweitaccount habe. Das ist unvorstellbar für mich. Willst du sehen, wie Mohammed Jesus angebetet hat? Ja, kannst du den Leuten zeigen. Amir macht stumm und wir beten. Geh mal was essen, die Wundervollen. Gott segne euch schon, eure Familie. Wir kommen gleich wieder. Leute, ich zeige euch mal ein Bukhari-Vers. Danke Amir erstmal, dass du mir die Chance gibst. Bukhari 3351 Leute, schaut genau hin, was hier passiert ist. Schaut genau hin, wie Muslime uns jahrelang angelogen haben. Bukhari 3351. Hier gibt es ein Hadith überliefert von Ibn Abbas. Ich übersetze euch die Geschichte. Der Prophet betrat die Karbe und fand darin die Bilder von dem Prophet Abraham und Maria. Darauf sagte er, was ist mit ihnen los, den Kureich. Sie haben bereits gehört, dass Engel kein Haus betreten, in dem es Bilder gibt. Doch dies ist das Bild von Abraham und warum wird er als Wahrsager dargestellt? Das heißt, hier betritt Mohammed die Karbe, wo es noch Bilder gibt. Und er selber sagt, haben die Kureich nicht gehört, dass Engel ein Haus nicht betreten, wo es Bilder gibt. Dann gibt es hier eine schöne islamische Seite. Hat der Prophet nicht die Bilder der Propheten Jesus und Maria von der Karbe entfernt? Das ist eine sehr anerkannte islamische Seite. Wir gehen hier mal auf leichte Noten. Leichte Noten, eine Sekunde. Und hier wird uns erklärt, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müssen wir auf den Bukhari-Fers gehen. Das ist ein wenig widersprüchlich, denn in Sahih al-Bukhari gibt es auch eine Überlieferung. Das bestätigt, dass der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, die Karbe betrat, bevor alle Bilder. Abdullah bin Abbas, der hat sie überliefert, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Nein, entfernt wurden. Das heißt, hier werden wir wieder auf dem Bukhari-Fers weitergeleitet. Gehen wir jetzt aber auf den Bukhari-Fers, können wir trotzdem nicht alles finden. Das heißt, Muslime sagen immer, wir müssen in die Hadith-Wissenschaften gehen, die uns das erklären, weil wir sind auch zu doof, um diese drei Zeilen zu verstehen. So, gehen wir jetzt auf die Seite, Moment, ich muss mal mein Kabel verlängern. Mein Bildschirm ist riesig. Wir gehen auf die islamische Library. Hier sind die Hadith-Wissenschaften in der Bibliothek, Übersetzung und Unterricht. Das heißt, hier gibt es Unterricht und Hadith-Wissenschaften. Und hier wird uns der komplette Bukhari-Fers nochmal erklärt. Schaut euch mal genau hin, was hier passiert ist. Ich lese euch das vor, ich brauche meinen Lesestift. Um im Hadith über die Autorität von Abunay über die Autorität, hier gibt es die Autoritätskette, die interessiert uns nicht. Als der Tag der Eroberung kam, möge der Gesandte Gottes, Gottes Gebete und Friede, guck mal, hier haben die richtig übersetzt. Hier haben die richtig übersetzt. Gottes Gebete und Friede seien auf ihn. Hier haben die einmal geschafft, das Salavat richtig zu übersetzen. Das heißt, Allah betet für Mohammed. Und wie kann ein Gott beten? Sie haben ein Problem, dass Jesus zum Vater betet. Hier haben die es einmal geschafft, im Islamwissenschaften, auf der Seite zu Hadith-Wissenschaften, richtig zu übersetzen. Egal, betrat das Haus, er betrat das Haus, die Kaaba, befahl, ein Kleidungsstück mit Wasser zu benetzen und befahl, die Bilder zu entfernen. Er legte seine Hände auf das Bild von Jesus und seiner Mutter und sagte, zerstöre sie alle, außer dem, was unter mir ist, also unter meiner Hand ist. Also Mohammed betrat die Kaaba, wollte alles zerstören, außer das, was unter seiner Hand ist. Das heißt, er selber, obwohl es ihm Jibril verboten hatte, extra, dass er in ein Haus, wenn Statuen in ein Haus sind, kann ein Engel das Haus nicht betreten. Aber die Bilder von Jesus und Maria, wollte er haben. Ich kann euch das genau nachher erklären, warum. Ich wollte euch das nun mal zeigen. Er sagte, ja, ich sah die Statue von Maria mit Jesus auf ihrem Schoß sitzen und es gab sechs Säulen im Haus und die Statue von Jesus und Maria standen auf der nächsten Säule. Das heißt, in der Kaaba müsste bis heute, wenn sie nicht verändert wurde, immer noch das Bild von Jesus und Maria in der Kaaba sein. Wenn sie ihren Propheten respektiert haben, haben sie das bis heute nicht entfernt, weil er persönlich hat die Hand draufgelegt. Leute, hier ist die Internetseite. Wer mir privat schreibt, ich schicke euch gerne die Links. Wie gesagt, Hadith-Wissenschaften in der Bibliothek, Übersetzung und Unterricht zu dem Vers, Zahir al-Bukhari 3351 und diese Islamseite, die sich mit der großen Frage befasst hat. Guck mal, Leute, man braucht Stunden, um das zu finden. Stunden und Tal. Hier die Islamseite, Die sich mit der großen Frage befasst, hat der Prophet nicht die Bilder der Propheten Jesus und Maria von der Kaaba entfernt. Das heißt, sie verweisen uns auf Bukhari. Wir gehen auf Bukhari. Bukhari ist hier nicht eindeutig. Bukhari sagt Hadith-Wissenschaften. Wir gehen in die Hadith-Wissenschaften und hier kriegen wir zweimal die Bestätigung. Erstens haben sie richtig übersetzt. Hier ist Gottes Gebete und Frieden auf Mohammed. So, hier haben sie richtig übersetzt. Hier sagt er, Ich sah die Statue von Jesus und Maria und der Prophet wollte alles zerstören, bis auf die zwei Statuen. Und Leute, Er hat Jesus angebetet in der Kaaba. Das heißt, Immer wenn sie in Richtung Kaaba gebetet haben, immer waren die Statue von Jesus und Maria und sie haben Jesus angebetet in der Kaaba. Guck mal, sie verstecken das. Du wirst nie von einem Muslim darauf aufmerksam gemacht. Die ganzen Hadith-Wissenschaftler kennen das und sie erzählen es nicht weiter. Das heißt, Hier ist die Internetseite. Ich gehe langsam rüber. Filmt es. Ich kann euch gerne die Dinge schicken. Das ist unglaublich, Leute. Das ist wirklich unglaublich. Ich kann euch gleich zeigen, warum. Warum, wieso. Jesus für ihn so wichtig war. Leute, merkt euch das alles. Sayy al-Bukhari 3392. Ich übersetze euch diesen Hadith, der ist von Aichi überliefert. Von Aichi, ne? Und steht in Sayy al-Bukhari. Ich zeige euch mal, warum Jesus für Mohammed so eine wichtige Figur war. Das ist was Neues. Bei mir gibt es immer was Neues. Ich trenne mich schon mal an für euch. Ich habe hier Sayy al-Bukhari 3392 für euch übersetzt. Schaut mal, hört jetzt genau hin, was passiert ist. Hört genau hin, wie das passiert ist. Der Prophet, das ist der Moment, wo er Jibril gesehen hat. Der Prophet kehrte zu Hadisha zurück, während sein Herz schnell schlug. Sie brachte ihn zu Waraka bin Naufal. Waraka war ein Christ, war ein Ebioniter. Er hat sich dafür eingesetzt, dass Mohammed Hadisha heiratet. Er hat auch eine Zeremonie vollzogen in einer Kirche in Mekka. Das steht in der eigenen Biografie von Mohammed. Ich habe das gelesen, zweimal. Ich habe das Buch zu Hause. Einmal von Ibn Ishaq und einmal von Marka Gabriel. Sie brachten ihn zu Waraka bin Naufal. Aber was sagen die dann? Was sagen die dann? Ibn Ishaq und Ibn Ishaq sind nicht authentisch. Sofort. Richtig, richtig. Ibn Ishaq ist auf keinen Fall authentisch, Amir. Das habe ich schon so oft gehört. Guck mal, sie brachten ihn zu Waraka bin Naufal, einem christlichen Konvertiten, der die Evangelien auf Arabisch las. Das heißt, der Mohammed wurde von einem Christen zum Propheten erklärt. Und lies mal, was weiter passiert. Was siehst du? Er fragt, was für einen Engel du gesehen hast. Er hat es ihm beschrieben, das ist derselbe Engel, den Allah, dem Propheten Moses gesandt hat. Hier hat Waraka Mohammed eindeutig angelogen, weil Moses hat immer direkt zu Gott gesprochen. Es gibt keine Überlieferung, dass er jemals mit einem Engel gesprochen hat. Also Mohammed wurde von einem Christen zum Propheten erklärt. Und dieser Christ und Buhira waren die, die den Koran geschrieben haben. Das sind die heimlichen Autoren des Korans. Und deswegen hat er Jesus sein Bild und Maria angebetet in der Kaaba. Das heißt, es könnte heute möglich sein, dass Musime, wenn sie Richtung Kaaba beten, immer noch zu Jesus geht. So sieht es aus. Und jetzt zeige ich euch... Der Allmächtige ist. Sein Wort immer geht. Ich zeige euch den letzten Hadif, Leute, der wird euch umhauen. Was passiert ist, als Waraka gestorben ist? Da sieht man komplett, was diese Figur mit Mohammed gemacht hat. Genau. Er wollte sein Selbstmord begehen, weil die göttlichen Inspirationen aufgehört haben. Ah, Dr. Amir. Ah, Dr. Amir. Das lange Hadif. Aber bei mir ist mittlerweile kenne ich die Nummern auswendig. so oft wie ich die Übringe... Ja, das befindet sich in Saibuch Ali, Hadis 2, oder? Hadis 2 oder 6982. Es gibt viele über die Folgen. Ha, 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 ha. Mufti, Abu Amir. Leute, guck mal, was jetzt passiert. Guck mal, und zieht eure Schlüsse. Zieht eure eigenen Schlüsse und schaut, wer den Koran geschrieben hat. Ich übersetze euch den unteren Teil. Hier geht es um den Tod von Waraka. Hier, ich kopiere. Ich gehe in den Übersetzer. Ich haue das hier rein. Einfügen. So. Aber nach ein paar Tagen starb Waraka und auch die göttliche Inspirationen wurden von einer Weile unterbrochen. Das heißt, nach dem Tod von Waraka hatte er für eine Weile keine Inspirationen. Durch andere Hadife können wir lesen, dass er genau drei Jahre lang gar keine Inspirationen mehr hatte. Er wurde so traurig, wie wir gehört haben, dass er mehr als vorhatte, sich vom Gipfel hohe Berge zu stürzen. Das heißt, dieser Waraka, der war so wichtig, dass Allah einfach drei Jahre lang im Trauer war und keine Inspiration mehr zu Mohammed sandte, weil irgendein Christ in Mekka gestorben ist. Oder war Waraka doch der heimliche Autor des Korans? Es gibt so viele Berüchte, dass man sagt, Waraka war der Vater von Mohammed. Ja. Die hatten ja diese Mehrfach-Ehe, wo die miteinander übelsten Verkehr hatten, alle zusammen. Das war ja damals, in der damaligen Zeit, unter den Koraeschen ganz normal, dass die Frauen und Männer miteinander einfach Bunga-Bunga-Partys gefeiert haben. Amir, das hast du gesehen. Die sagen immer, wir sollen den Hadif-Wissenschaften, das ist eine richtig geile Seite zu halten. Hadif-Wissenschaften, die ist auch authentisch, die ist von der Islam Library und du findest hier so fast zu jedem Hadif eine Erklärung. Hammer. Und die gibt es nur auf Arabisch, die gibt es nicht auf Englisch, die Seite. Die Muslime sind sehr, sehr un- und, wie nennt man das, sehr, boah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ein Monster im Vertuschen. Ja, genau. Meister im Vertuschen, aber auch die Wahrheit sozusagen unterm Teppich zu kehren. Verzehren. Guck mal, hier haben die Hadif-Wissenschaftler geschafft, das Salawat richtig zu übersetzen, weil hier steht Gottes Gebete. Hier haben sie es richtig übersetzt. Und es gibt keine Überlieferung, dass die Jesus- und Maria-Bilder jemals entfernt wurden. Was sagt das jetzt zu dir? Ja, dass die Bilder von Maria und Jesus da drin sind und die Muslime eigentlich Jesus und Maria anbeten. Richtig, weil das war ein Gebot von Mohammed, alles zu nehmen, außer die zwei. Hier, Hände auf das Bild von Jesus und seiner Mutter und sagte, lösche alle, außer die. So, ich bin fertig. Sehr gut. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Hast du das gehört? Hast du das gehört, meine Liebe? Welcher Hadif ist das? Sayal Bukhari 3351. Da müsst ihr auf die Internetseite gehen und suchen oder ihr schreibt mich an, ich schickt euch den Link. Da könnt ihr euch mal die ganzen Artikel, weil hier gibt es noch mehrere Seiten, hier gibt es noch ganz, ganz viele interessante Sachen. Hier ist der Autor, Buchname, Al-Hadif Edition. Leute, bitte spendet nur Amin. Nein, kein Problem. Ich habe dir vorhin fast alles wieder zurückgeschickt. Ach was, das ist der Herr, das gibt durch die Geschwister, das ist kein Problem. Ich habe dir vorhin, wo du weg warst, habe ich dir alles zurückgeschickt. Du bist mir einer. Ich bin sogar Platz 2 bei dir bei Spendern. Du? Ja, ich müsste flaxen. Ja. Nummer 2. Warum bin ich nicht die 1? Bitte kick mal diese Nummer 1, bitte. Wenn ich live mache und du gleichzeitig live bist, da sage ich meinen Leuten, geht rüber zu Amin und meldet ihn. Dann nimmt meine Zuschauer. Dann nimmt meine Zuschauer. Nein, du kannst immer hier reinkommen. Du kannst natürlich einige Sachen, die du dann herausgefunden hast, kannst du mit uns teilen. Ja, das ist super, weil bei dir habe ich Reichweite und das sind halt mega Sachen, die findest du nicht einfach irgendwo. Die musst du echt suchen. Oh, was war das denn? Motorrad. Motorrad. Ja. Heftig. Vielen lieben Dank. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Warte, ich lese das mal aus dem Buch von CP vor. Der hat das auch berichtet, dass die Kava ursprünglich eine Kirche war oder was? Von Achbar Maka, Band 1, Seite 200. Der Urband kennt sich auch gut aus. Ja, mittlerweile, Amin, mittlerweile, ja. Immer im Tränen, ja. Ich habe versucht, das nicht zu besorgen sogar. Ich bin auf der Suche nach diesem Buch auf Englisch gerade. Heftig. Vor allem die Familie, die dieses Buch geschrieben hat, Amin, ne? Die hat von 600 bis 830 in Mekka gelebt, die das Buch verfasst hat, Achbar Maka. Ehrlich? Ich habe mich informiert über den Autor und die Familie. Das ist das älteste erhaltene Werk über die Stadt Mekka. Es gibt kein älteres Buch. Dieses Buch wird für die islamische Geschichtsschreibung benutzt. Der CP hat nicht irgendein Buch genommen. Der wusste genau, welches Buch er nimmt. Natürlich, weil ihr weißt, dass die Muslime sein Buch lesen und versuchen, das ganz zu bedenken. Aber sobald du sein Buch liest und die ganzen... Was ist das denn? Mein Akku. Ladegerät dran. Sobald die Muslime dann anfangen, das Buch von CP zu lesen, weiß er ganz genau, was er den Leuten da zeigt. Weil er will sich ja nicht packen lassen. Verstehst du? Und er hat das authentischste Buch, was es gibt, genommen für die Kabatese. Ja, der CP ist schon ein wandelndes Lexikon, was den Islam betrifft, ist unglaublich. Genau, wie es der erste Schamon und die ganzen anderen. Das sind alles, natürlich, das sind starke Dauer, Leute. Ich gucke mir die immer an, wenn ich Auto fahre. Ich fahre ja auch, wie du den ganzen Tag Auto hängst. Ich fahre ja auch nicht bis abend. Er schreibt einfach, dass die Kaba früher eine Kirche war und auf der sechsten Ebene Bilder von Jesus und Maria waren. Ja, wo war das nochmal? Auf welcher Seite? Warte mal ganz kurz. Ich habe das Buch nicht bei mir gerade. Ich habe das im Auto gemacht. Ich muss gucken. Die Kaba. Und dann muslimen ein Land übernehmen. Sechs Ebenen hat die Kaba gehabt, damals, wo das Buch verfasst wurde. Von Achbar Maka. Alla Agazi, wie der auch heißt. Die Kaba im Islam, Seite 118. Da ist das, Seite 118. Das ist auch sehr, sehr interessant. Der Ursprung von Kaba, woher kommt das alles? Das ist ein Plötzlenschreiens. Wusstest du, dass es ein Hadith gibt von Bukhari, den müsste ich gleich suchen, dass der, äh, dass Isaac, ne Ismail, Arabisch von den Arabern gelernt hat? Heftig, ne? Er war nie ein Araber. Nein, er war nie ein Araber. Kennst du den Hadith von Bukhari? Äh, müsstest du mir gleich mal zeigen. Lass mich aber ganz kurz mal den Leuten vorlesen, was der, ähm, was Urban euch damit sagen wollte. Hier haben wir die Überschrift die Kaba im Islam. Was ist die Kaba? Die Kaba war eine christliche Kirche. In der Kaba befand sich dereinst ein Bildnis von Maria, der Mutter Jesu, was auch in diversen Büchern dokumentiert ist. Achtung! Äh, äh, Akbar, Mekka von Al-Azraqi, 2400er Auflage, Band 1, Seite 205. Äh, Urban, kannst du das mal aufschreiben, damit die Leute das, äh, screenshotten und, oder, beziehungsweise kopieren? Das mal auf, ja. Ja, Akbar Mekka von Al-Azraqi, 2004er Auflage, Band 1, Seite 205. Das Buch Al-Makasi von Al-Waqidi, 1989er Auflage, Band 1, Seite 833. Und ich zitiere, als der Prophet die Kabah betrat, fand er viele Bilder vor. Eines davon zeigte Maria, und eines zeigte Abraham. So legte er seine Hand über das Bildnis von Abraham und sagte, dass alle Bilder beseitigt werden sollen, außer dieses. Damit meinte er das Bild, auf dem Abraham dargestellt wurde. In der Kabah befand sich der einst eine Statue von Jesus und seiner Mutter. Akbar Mekka von Al-Azraqi, 2004er Auflage, Band 1, Seite 200. Und hier heißt es, Mir wurde von meinem Großvater erzählt, der sagte, Uns wurde überliefert von Dawud eben Abdelrahman, vom Sohn von Goryech, und Suleiman bin Musa al-Shami atta bin Rabbah. Ich hörte, dass du sahst, dass in der Kabah ursprünglich eine Statue von Maria mit ihrem Sohn Jesus auf ihrem Schoß stand, und beide waren von schönen Dingen umgeben. Der andere sprach, Ja, die Kabah hatte ursprünglich sechs Ebenen, und die Statue von Maria und Jesus befand sich in der obersten. Er sprach wieder, Weißt du, wann sie zerstört wurde? Der andere antwortete, In der Zeit von Ibn al-Zubayr, dem Krieg zwischen den Muslimen durch Feuer. In der folgenden Liste werden wir sehen, wie der Rosa-Stamm, die Politeisten, die Christen besiegt und die Kabah wieder zu einem Götzenschrein gemacht haben. So kehrte die Zeit des Götzendienstes wieder ein. Zunächst sehen wir, was die Muslime über den Bau der Kabah glauben. Den Muslimen zufolge wurde die Kabah gebaut von den Engeln, Adam, erstens von den Engeln, und zweitens von Adam. Irshad al-Aqil al-Salam fi al-Quran Mazayyah, Beirut 1999, Band 1, Seite 160. Wahnsinn, so diese Quellen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist krass. Was machst du da? Zeigst du gerade das Kabah von dem Buch? Ja, das zeigst du das Buch, ja. Da können die Screenshots machen. Das können wir. Ja. Sehr, sehr schön. Ich zitiere, die Kabah wurde zehnmal erbaut. Das erste Mal von den Engeln, die selbst einschritten, und Geschichten hierzu werden erwähnt, von Imam al-Nawwi, im Buch von Tahzib al-Asma wa al-Luqa, und im Buch von al-Asraqi wird ebenfalls erwähnt, dass sie vor Adam erbaut wurde, und Adam sie auch erbaut hat. Drittens, Seth, Adams Sohn. Iyun al-Athir fi Funun al-Magazir wal-Shamil wal-Sahir, von al-Shafi, Band 1, Seite 77, 1977er Beirut. Die Kabah, bevor sie von Seth, Sohn von Adam erbaut wurde, war ein Zelt aus Rubinen, und Adam war es gewohnt, sie mit Freude zu besuchen, und sie befand sich zu dieser Zeit in Indien. Die Kabah befand sich ursprünglich in Indien. Das ist krank. Viertens, Abraham und Ismail. Dies wird in einem sehr langen Hadith beschrieben, nämlich Say al-Bukhari, Buch 55, Hadith 583. Fünftens, den Riesen, Fatal Bari, Fischar, Say al-Bukhari, Band 6, Buch der Hadith, Beirut im Libanon, 1953, Seite 464. Der Geschichte von Ah bin al-Saib, zufolge, reichen ihre Wurzeln zurück, bis zum Stamm Yurum. Sechstens, dem Stamm, Stamm Yurum, dem Stamm, wurde christlich, bevor es den Islam gab. Dem Buch von Fatal Bari, Fischar, Band 6, Buch der Hadith, Beirut im Libanon, 1953, Seite 548, Buch von Maghrib und Sahih al-Bukhari, Hadith 556, nach, sprach der Prophet, Der Prophet sprach, möge Allah größzügig sein gegenüber der Mutter Ismaels. Hätte sie das Wasser der Samsam-Quelle verlassen, oder sagen wir, sie hätte die Quelle nicht genutzt, wäre daraus ein fließender Strom geworden. Der Stamm Yurum kam zu ihr und fragte sie, dürfen wir uns bei deiner Bleibe niederlassen? Sie sprach, Ja, jedoch habt ihr kein Recht auf dieses Wasser. Sie stimmten ihr zu. Siebten, dem Stamm Rosa, der den Stamm Yurum aus Mekka vertrieb und die Kaaba für mehr als 300 Jahre für sich beanspruchte. Fatal Bari, Fischar, Sahih al-Bukhari, Auflage 2.02, Beirut im Libanon, 1953, Band 10, Seite 32. Ich zitiere, Fahida, Tochter von Umar ibn al-Harith bin Mudad al-Yurum, ihr Vater, der Letzte vom Stamm Yurum, der über die Kaaba herrschte. Und es tobte ein Krieg zwischen den Yurum und den Chosa. Bis dieser Krieg damit endete, dass die Chosa siegten und sie aus Mekka vertrieben. Dann übernahm die Chosa die Kaaba für 300 Jahre. Achtens, Chosei, dem Sohn von Hunden, Mohammeds Vorfahren, der die Chosa, die ersten Leute der Kuraisch-Stammes, aus Mekka verbannte. Buch von Fatal Bari, Fischar Sahih al-Bukhari, Bayrut, im Libanon 1953, Band 6, Seite 548, Buch Maghib. Chosei siegte und übernahm die Kaaba und er versammelte all die Söhne von Fahil, den Stamm, und drängte sie aus Mekka heraus. Chosei, der Sohn von Hunden, fügte der Kaaba zwei Statuen hinzu, die neben der Kaaba standen und angebetet werden sollten. Sahih Muslim, Bishar al-Nawawi, Band 9, Buch der Hatsch, Bayrut, im Libanon, 2006. Auflage, Seite 401. Der Mann, sein Name war Isaf bin Bakar bin Umar und die Frau, ihr Name war Naila bin Sahih oder bin Sahihl, waren vom Stamm Yurhu und sie taten Unzucht innerhalb der Kaaba wofür Allah sie beide in Statuen verwandelte. Die Statuen wurden dann draußen neben der Kaaba platziert. Es heißt bei Safa und Al-Marwa zwei Stellen, welche die Muslime während der Hatsch Pilgerfahrt besuchen müssen, siehe Koran Zorra 2 Vers 158 und so stellte Kuzai der Sohn von Hunden die beiden neben der Kaaba hin und brachte ihnen den Statuen Opfergaben dar und zwang das Volk dazu sie anzubeten. Neuntens warte mal neuntens dem Stamm der Quraysh der die Kaaba fünf Jahre erbaute bevor Mohammed zu einem Propheten wurde Buchtitel Faidu Qadir 2000er Auflage Ägypten Band 1 Seite 639 Die Kaaba wurde wiedererbaut als der Prophet 35 Jahre alt war Zehntens Abdullah ibn al-Zubayr im islamischen Jahr 65 das heißt 684 nach Christus siehe Buch von Al-Kamil Fi Al-Tarir Seite 362 von Ibn Ashir Elftens Al-Hajaj Ibn Yusuf Al-Satrafi der die Kaaba vollständig zerstörte und wieder von Neuem erbaute die Kaaba war von Müll bedeckt siehe Buch von Al-Bidayah wal-Nihaya aus Ibn Kassil Band 8 Seite 246 Zwölftens dem Osmanischen Sultan Murad im Jahre 1630 nach Christus schon die Behauptung der Muslime dass die Kaaba das älteste Haus der Welt ist und dass sie von Engeln erbaut wurde lässt sich ganz einfach widerlegen indem man diverse muslimische Texte wie Tafsir Al-Libab von Ibn Adel Al-Anbali Band 4 Seite 225 ließ es absolut grandios es ist so krank Ali zufolge sprach ein Mann zu ihm dies ist das erste Haus Ali antwortete nein es gab schon Häuser davor doch es ist das erste Haus das für die Menschheit gebaut worden ist und ihm wohnen Rechtleitung Gnade und Segnung innen und zuerst hat es Abraham gebaut dann das Volk der Araber von denen der Stamm Jurhum ist dann wurde es zerstört daraufhin wurde es von den Riesen wieder erbaut die Könige von den Kindern von Amlik dem Sohn Sams dem Sohn Noahs sind und dann wurde es erneut zerstört und vom Stamm der Kuraich auf ein neues erbaut heftig ne und weiter sagt der Christian Prince Der Grund der Grund aus dem ich dir das zeige wie und was die Muslime über ihre Kaaba denken ist der dass ich dir damit ein Verständnis dafür geben möchte wieso sie glauben dass sie heilig ist beachte hierbei dass solange sie zustimmen dass die Kaaba mehrere Male wieder erbaut wurde somit auch zustimmen dass sie mehrere Male zerstört wurde gleichzeitig aber behauptet der Koran dass Allah die Kaaba immer vor der Zerstörung bewahrt hat so heißt es der Geschichte in der Suche der Elefant Suche 105 Vers 1 bis 5 Hast du nicht gesehen wie dein Herr mit dem Elefantenvolk vorging hat er ihren Plan nicht scheitern lassen und er schickte eine Armee von Kämpfern Vögeln gegen sie die Steine aus gehärtetem Ton auf sie warfen und machte sie gleich Grashalmen die von Vieh aufgefressen worden sind weiter heißt es ich zitiere die Geschichte handelt von einem christlichen Armee die von äthiopischen König unter dem Kommando von Abra einem christlichen Herrscher aus dem Jemen entsandt wurde die Kaaba zu zerstören aller ließ kämpfende Vögel auf diese Armee los die mit tausenden von Elefanten bewaffnet war die Muslime selbst nennen das Jahr in dem sich der Vorfall ereignet haben soll das Jahr des Elefanten 570 nach Christus wie wir an den Jahresangaben sehen können soll sich diese Geschichte nicht allzu lange vor Mohammeds Geburt zugetragen haben und sie ergibt nicht viel Sinn sehen wir uns die Geschichte gemeinsam an und finden wir heraus warum auf der arabischen halbinsel hat es niemals irgendwelche Elefanten gegeben im Jemen auch nicht die einzige Erklärung hierfür lautet dass Elefanten über das rote Meer ins heutige Saudi Arabien gebracht wurden das kann unmöglich sein niemand zur damaligen Zeit konnte einen derart große Menge an großen Schiffen bauen um damit hunderte geschweige denn tausende von Elefanten wie die Geschichte es behauptet transportieren zu ist das ein Joke ich bringe das immer als Beispiel dass Allah wenn sie sagen Allah versprochen den Koran zu beschützen und die Kaaba zu beschützen er hat beides nicht beschützt beides hat er nicht beschützt ich zitiere weiter sollen wir annehmen dass der Armee Transportflugzeuge zur Verfügung standen mit denen die Elefanten sich sicher in den Jemen eingeflogen wurden wie hätte man die Elefanten in der Wüste füttern sollen ein ausgewachsener Elefant kann in der Regel am Tag 140 bis 270 Kilogramm Nahrung zu sich nehmen und diese Angaben können variieren je nachdem wie viel Energie der Elefant am Tag verbraucht je weniger ein Elefant zu tun hat umso weniger Nahrung muss er am gleichen Tag zu sich nehmen allerdings müssen sie bei so einem anstrengenden unterfangen mehr fressen als sonst immerhin laufen sie durch eine sehr heiße Wüste und müssen dabei all die schwere Kriegsausrüstung oder die Soldaten auf ihrem Rücken tragen du musst wissen dass sobald man den Jemen verlässt einen nichts weiter als Wüste erwartet kein Grün weit und breit nichts also wäre die einzige Möglichkeit die Elefanten da über mehrere Tage hinweg durch zu bringen gewesen auch noch das ganze benötigte Futter für all diese Elefanten von ihnen tragen zu lassen das wäre allerdings auch unmöglich da jeder Elefant gerade genug Futter für vielleicht einen Tag mit sich tragen könnte dann kommt das Problem mit dem Wasser wie will man den von den Elefanten benötigten Wasser Bedarf abdecken bis 300 Liter Wasser pro Tag und ich spreche hier von Elefanten in entsprechenden eingerichteten Zoos oder in ihren natürlichen Umgebungen Märchenstunde mit Dr. Schild aber wie der eine der so eine Abendsendung hat kennt ihr den der sitzt dann in seinen Stuhl und lest euch diese gute Nacht Geschichten vor Leute tippen komm wir sind eingeschlafen oder was 3 2 1 jetzt die 500.000 5 Minuten 5 Minuten tippen wenn ich am lesen bin die Elefanten in unserer Geschichte hier brauchen viel mehr Wasser schließlich wandern sie durch eine der heißesten trockensten Wüsten überhaupt wie bitte soll die wie bitte soll die Armee sie mit genug Wasser zu trinken versorgen woher bekommen die Elefanten genug Wasser um sich abzukühlen wir wissen wie wir wissen schwitzen Elefanten nicht und darum müssen sie sich entweder mit Wasser bespritzen oder den ganzen Tag im Wasser verbringen um so ihren Körper bei hohen Temperaturen abzukühlen bedenke dass in der Wüste Saudi-Arabiens nicht einmal Bäume zu finden sind die Elefanten haben also nicht einmal genug Schatten um sich ein bisschen vor der Sonne während der Reise zu schützen Wozu braucht der König die Elefanten überhaupt Zwei Männer würden ohne weiteren Beistand die Kaber locker zerstören können Sogar ein einzelner Mann würde das schaffen Einen Hohlraum zu zerstören erfordert nicht viel Mühe Zur damaligen Zeit bestand die Kaber nicht aus widerstandsfähigem Material wie etwa Zement Vielleicht war dieser äthiopische König ein Narr Ein Afrikaner der noch nie zuvor in der Hitze stand oder in der Wüste war Wenn die Kaber schon mehrere Male zuvor von Menschen zerstört worden war und die Muslime stimmen uns hierbei auch wie bereits gezeigt zu Warum will Allah sie dann ausgerechnet dieses Mal vor der Zerstörung bewahren Die Muslime sagen vielleicht dass die Kaber von Wind oder von einem Erdbeben zerstört wurde Fakt ist aber dass das nicht stimmt Ich werde ein paar sehr ernste Fragen stellen wenn an dieser letzten Aussage etwas dran ist Wo war Allahs Armee Jetzt Gezeiter Islamisches Jahr 63 682 nach Christus griff Yazid Ibn Muawiyah die Kaber an angeführt von Muslim Ibn Uqbar und seiner Armee um Abdullah Ibn Al-Zubayr zu bekämpfen griffen sie Mekka und die Kaber mit Katapulten an und machten dabei die Kaber dem Erdboten gleich als Abdullah Ibn Al-Zubayr Männer in der Kaber Zuflucht vor den Angriffen suchten einige Jahre später im Jahr 692 nach Christus im islamischen Jahr 73 entsandte Abed Al-Malik Ibn Marwan einen Mann namens Al-Hajjah Ibn Youssef Al-Sakafi um Abdullah Ibn Subayr zu töten weil man wegen seinen Männern gezwungen war während des letzten Angriffs aus Mekka die Kaber zu zerstören allerdings wurde die Kaber in weniger als Derselbe Mann Abdullah Ibn Subayr ein weiteres Mal bekämpft wurde seine Männer suchten auch dieses Mal in der Kaaba Zuflucht vor dem Feind und er Al-Hajjah zerstörte die Kaaba wieder mit einem Katapult Angriff im Buch von Ibn Khashir Al-Bidayah Wa-Nihaya der Anfang und das Ende Band 11 auf den Seiten 135 und 137 sowie im Buch von Ibn Khaldun Islamisches Jahr 312 929 nach Christus Band 2 auf den Seiten 84 und 258 steht als Abu Tahir Al-Qurnti aus dem Irak Mekka angriff und dabei mehr als 30.000 Muslime tötete die Kaaba zerstörte und den allerheiligsten Stein der schwarze Stein an sich nahm behielten er und seine Leute ihn für mehr als 20 Jahre für sich und verwendeten ihn in der Zeit als Badezimmer Stein den schwarzen Stein den Muslime küssen hat dieser Al-Qurnti hat den raus geklaut und ihn in ein Badezimmer gestellt sie urinierten auf den schwarzen Stein sie urinierten auf den schwarzen Stein obendrein während seine Männer mit der Zerstörung der Kaaba beschäftigt waren rief er zum Himmel ich bin der Schöpfer wo sind deine Vögel Allah wo bist du Allah der schwarze Stein kehrte nicht zur Kaaba zurück bis der Kalif der Fatmin Al-Mansur Lidin Allah Al-Fatmin eingriff und sie freundlich darum bat ihm den Stein zu geben abgefahrene Geschichte ne komm Leute die 500.000 knacken wir auch 3 2 1 jetzt jetzt alle zusammen kommen die 500.000 die gleiche Geschichte findet man in Al-Mausur Al-Alamiyah Al-Misara Fi Al-Adiyan auf Seite 395 und dem Buch von Al-Alam Band 5 von Al-Zarkali auf Seite 194 19 boah übel das wichtige und besondere an Abu Tahir Al-Qurmeti ist dass er die Lügen des Koran entlarvt hat nicht nur durch die Zerstörung der Kaaba sondern auch indem er Allah herausforderte als er rief wo ist Allah wo sind die mit Steinen bewaffneten Vögel als wolle er folgendes zeigen dass der an der Kaaba nichts heilig ist zeigen dass der Koran ein Märchenbuch voller Legenden und erfunden an Märchen ist beweisen dass Muslime Götzen anbeten die vollkommen nutz und harmlos sind demonstrieren dass der schwarze Stein nichts weiter als ein Meteorit ist den die Araber bereits lange vor dem Islam verehrt haben sie beteten oft solche vom Himmel gefallene Steine an weil sie glaubten dass sie von ihrem Gott kamen seht ihr das später wurde der schwarze Stein in eine silberne Einfassung gelegt die dem äußeren Erscheinungsbild einer Vulva nachempfunden ist Allah tat absolut gar nichts um seinen allerheiligsten Stein zu beschützen und genauso wenig drängte er die Muslime dazu Krieg zu führen um ihn zurück zu erlangen erst auf eine Bitte ihrerseits hin wurde der schwarze Stein den Muslim zurückgegeben dem Ganzen füge ich noch diese eine einfache Frage hinzu warum verteidigte Allah die Kaaba als die Elefanten Armee anrückte bedenke dass die Kaaba zu diesem Zeitpunkt erstens nicht heilig war denn in ihr wimmelte ist nur vor Götzen zweitens nicht den Muslimen gehörte drittens kein Ort des Gebets war sondern lediglich ein Wirtschafts Standort viertens von Allah beschützt wurde als die Kaaba unrein war beschmutzt von den Ungläubigen und ihren Göttern er aber nicht einen Finger krumm machte als sie unter der Kontrolle der reinen guten Gläubigen war den Muslim und wo sind heute Allahs Vögel hin Bisher hat noch keiner von ihnen seinen Kopf ausgestreckt eine Kaaba oder viele Kaabas nicht viele wissen dass es der 1 26 Kaabas auf der arabischen Halbinsel gab und dass die mechanische Kaaba nur eine davon war eine von vielen an ihr gibt es nichts besonderes wusstest du dass jede dieser Kaaba über einen eigenen heiligen Stein gebaut wurde und dass sie alle einander in Größe und Gewicht exakt glichen Sahih Al-Bukhari Buch von Al-Magazid Hadith 4 1 1 7 Abu Raja sprach wir waren es gewohnt Steine anzubeten und wenn wir einen Stein fanden der besser als der andere Stein war würden wir mit der Anbetung des alten Steins aufhören und dafür den neuen Stein anbeten aus diesem Hadith entnehmen wir folgendes Steine für sie aussah umso mehr gefiel er ihnen so bestimmten sie ob er ein anbetungswürdiger Stein war dieser Stein blieb nicht ewig ihr Gott er blieb es nur so lange bis ihnen eventuell ein noch hübscherer Stein zur Verfügung stand der schwarze Stein ist nicht der einzige Stein der Heilig ist Sahih Al-Bukhari Buch 26 Hadith 6 7 6 Eben Omar er offenbarte nie Schwarzenstein und den Jemen Eckstein sowohl in der Gegenwand als auch in der Abwesenheit der Öffentlichkeit zu berühren seit ich sah wie der Prophet sie berührt hat ich fragte Nafi hat Eben Omar sich immer zwischen beiden Stellen hin und her bewegt Nafi antwortete er lief stets weil es ihm so leichter fiel beide Steine zu berühren ah ah zwei steine also ok wenn der Islam gegen Götzendienst ist warum kopierte Mohammed dann die Heiden und ernannte die Kaaba zu einer Gebetsstätte wir unterhielten uns bereits wenn du dich noch daran erinnern kannst dass Omar Ibn al-Khatab der Inzai Bukhadi Buch 8 auf Seite 395 sagte Amir sorry ich muss dich kurz unterbrechen du hast was wichtiges gesagt du hast gesagt dass das Kabastein einer Vulva ähnlich ist das ist Shaktis Vagina das ist die Vagina von einer Hindu Göttin Leute der Islam hat einen sehr komischen Ursprung der Islam ist nicht von Gott der Islam wurde einfach ins Leben gerufen und ich bitte euch verlasst einfach diese Sekte das ist nicht die Religion Gott guck mal das ist eine Hindu Göttin da gehen sie hin wegen Fruchtbarkeit und das ist die Kaaba das ist Shaktis von Shiva von der Hindu kein Unterschied einfach kopiert einfach kopiert seht ihr der Islam ist eine Kopie von vielen verschiedenen Götzendienerischen Religionen heftig ne alles alles wir haben alles da seht ihr jetzt warum wir den Islam ablehnen der Islam ist einfach ein Götzenkult der von Mohammed im neuen Licht hat erstrahlen lassen und einfach die biblischen Texte für sich beansprucht Allah ist nicht Gott Mohammed war niemals ein Prophet und der Islam ist nicht von Gott das war hier das hier eingeben wer das nachschauen will hier das ist eine Fruchtbarkeits Göttin an dieser Vulva wird geopfert damit die Fruchtbarkeit bekommt das selber haben die früher an der Kaaba gemacht überhaupt kein Unterschied richtig so sieht aus so sieht aus guck mal ich habe hier die biografie das buch hat Quelle Ibn Hisham und Ibn Ishaq genommen und hier gibt es eine ganz ganz interessante Stelle von der Hochzeit von Mohammed mit Khadijah kennst du die Stelle der Wadag Ben Auf wollte allerdings nicht geben die Khadijah doch 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 er hat sich dafür eingesetzt er überzeugte beide familien sie heiraten zu lassen und vollzog persönlich die trauer zeremonie ach so ja der vater von Khadijah wollte das nicht war war hat sich dafür eingesetzt und hat ihn in einer kirche verheiratet hier in einer kirche in mecca zur zeit besonders bla bla kann ich euch empfehlen von maka gabriel geschrieben ja wer mir noch sagt dass der islam irgendwas mit gott zu tun hat der belügt sich selber und der sagt nicht die wahrheit das ist das er belügt sich einfach und betrübt sich selber und damit auch die anderen menschen hier leute hier steht war genannt er war als priester der größten kirche in mecca einer der wichtigsten religiösen führer dort er hat Mohammed zum propheten erklärt und er hat den koran geschrieben es sind diese bücher wurden von muslimen geschrieben nicht von christen leute von muslimen nicht von Mossad nicht von BND nicht von CSI SAI aber guckt euch das hier an wer noch sagt das ist ein zufall das ist der Eckstein an der Kaba das ist der Stein den sie lecken küssen zu Tode getreten werden wenn sie zu ich glaube da sind an der Spitze 700 Leute gestorben an der Kaba wie so ein Kult der Menschen opfert mit Absicht viele Menschen reinlässt dass sie sich zu Tode treten nur um das zu kissen sterben Menschen und dasselbe machen die Hindus seit 1000 2000 3000 Jahren keine Ahnung wie lange es die Hindus gibt aber einfach übernommen Leute das sind keine Zufälle Ja deswegen ist das ja auch so ein SEX Kult deswegen siehst auch dass Allah diese ganzen komischen Dinge verspricht 70 Jahre während der Orgasme mit durchsichtigen Frauen und so ihr Hintern würde 144 Armlängen breit sein SEX mit den eigenen Schwestern nicht und Großmüttern ist erlaubt das ist absoluter Wahnsinn der Islam hat einen satanischen Ursprung TikTok sportlich hat es ein niemals schwächender PINIS und unstillbares verlangen wohl was die von diesen PINIS pausenlos gepunktpunktet werden möchten was ist das bitte PINIS die niemals weich werden oder erschlaffen 10.000 Euro kostet die Hatsch 10.000 Euro um hier dran zu lecken das macht mich so traurig dass die Leute dahin pilgern das ist so heftig das ist Guck mal, Amir. Das ist der Mots-Tower in Istanbul. Ja, ja, heftig. Guck dir das mal bitte an. Das eine sieht aus wie eine Vulva, das sieht aus wie keine Ahnung was. Das ist so heftig. Ja, das ist okay. Komm Leute, 500.000, komm Leute, halbe Millionen müssen wir knacken. 3, 2, 1, jetzt. Jetzt alle zusammen, komm. Tipico, tipico. Ja, wie denn die Tastenhaut. Du weißt, wie laut das ist, ey. Ja, weil mein Handy auf der Tastatur liegt, sorry. Kannst du mal bitte gucken, was in Sonan Abidawut 2049 steht? Ja. Sonan Abidawut 2049. Oh, meine Augen sind schon voll übelsam brennen. So, ich übersetze auf Deutsch gleich. Ein Mann kam zu den Propheten und sagte, meine Frau hält die Hand eines Mannes, der sie berührt, nicht zurück. Er sagte, lass dich von ihr scheiden. Dann sagte er, ich fürchte, mein Inneres selbst könnte sie begehren. Er sagte, dann genieße sie. Heftig, ne? Auf eine Ehe. Kein Thema. Ja, dann mach mal, guck mal die Moral. Offene Ehe. Der ist Sahih, ne? Natürlich. Habt ihr sowas gesehen, ihr Lieben? Und Ibn Abbas. Eine schöne offene Ehe eingehen. Ist das nicht toll, was das für ein Prophet ist? Dann mach doch einfach, genieß. Hier, mach mal, komm. Ist das die Moral eines Propheten? Absolut geisteskrank. Speichert euch den ab. Zünan Abidawut 2049. Hier ist er. Wirklich offene Ehe. Das ist verrückt. Das habe ich nicht gedacht. Aber weißt du, was sie dann sagen werden? Albani hat auch mal Fehler gemacht. Ja, das befindet sich doch in dem Buch, in den sechs authentischen Büchern der Sunniten. Ja, ich weiß. Du weißt doch, dass der Sunnitische Islam sechs authentische Bücher hat. Das sind Sahih As-Siddah nennt man die. Die sechs authentischen. Kanonisierten Bücher über Hadithen. Die sechs kanonisierten, authentischen Bücher. Die zwei besten sind Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Und dann kommst du dann An-Nasai, Ibn Majal, Abidawud und Abidawud. Und At-Tirmidhi. Leute, speichert das. Macht einen Screenshot. Einfach offen. Hält dich nicht, was der Mohamed da antwortet. Der Geo macht doch. Ist doch kein Problem. Nein, das ist nicht der echte Hamdi. Das ist ein Fake-Profil. Nein, ich rede nicht. Ich meine da mit Mohamed, was der gesagt hat. Ich weiß doch, dass das nicht die richtige Hamdi. Der Wahnsinn, der erlaubt offene Ehe. Urban. Ja. Sahih Al-Bukhari 5119. 5119. Ja. Schaut euch bitte die Moral von Mohamed an. Das ist das, was der Herr Jesus meinte in Matthäus 7, Abvers 13, wo er uns gewarnt hat vor den falschen Propheten. Ihr werdet ihn erkennen an seinen Früchten. Das sind die Früchte. Wie genau Jesus uns gewarnt hat. Er hat nicht gesagt, es kommt ein falscher Gott, ein selbsternannter Prophet. Er hat gesagt, es kommt ein falscher Engel des Lichts. So präzise. Der Gesandte Allah sagte, wenn ein Mann und eine Frau sich darauf einigen vorübergehend zu heiraten, sollte ihre Ehe drei Nächte dauern. Und wenn sie weiter machen möchten, können sie dies tun. Und wenn sie sich trennen wollen, sie können es tun. Ich weiß nicht, ob das nur für uns oder für alle Menschen im Allgemeinen galt. Abu Abdullah Al-Bukhari sagte, Ali machte deutlich, dass der Prophet sagte, die Mutter-Ehe wurde annulliert, für ungesetzlich erklärt. Siehst du? Also das war vorher erlaubt. Drei Tage könnte man eine Ehe eingehen. Heftig, ne? Drei Tage. Das nennen die Ehe. Ja. Mach das jetzt wissen. Guck mal hier. Allahs Gesandte sprach, wenn ein Mann und eine Frau miteinander vereinbart haben, das Bett zu teilen, so sollte ihre gemeinsame Zeit bis zu drei Tage andauern. Wenn sie ihre gemeinsame sexuelle Aktivität danach fortsetzen möchten, so dürfen sie es. Und wenn sie sich danach voneinander trennen möchten, so dürfen sie es. Heftig, ne? Ich zeig dir gleich mal was von Bukhari. Warte. Schaut mal hier, Leute. Jetzt das passt zum Thema. Sayy al-Bukhari 3237. Allahs möchte, dass ihr husband call his wife, also wenn ein Mann seine Ehefrau ins Bett ruft, für SIX, und sie möchte nicht. Und Allah wird ihr Engel schicken, die sie bis zum nächsten Morgen verfluchen werden. Ich übersetze das durch. Urban. Urban. Schaut euch das bitte an. Ich zitiere. Überliefert von Imran bin Hussein. Oh, warte mal. Mein Akku ist fast der Schmarte. Super. Ja. Super. Super. Der Schienbein steht in Sayy al-Bukhari 4919. Sander. Ich kenne meine Telefonnummer nicht, aber ich kenne so viele Hadith auswendig. Das ist so unnummer, Leute. Das ist krank. Nee, Detektiv, der fehlt mir. Der fehlt mir. Den musste ich mir noch holen. Ich lese, ich zitiere, Sahih al-Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadis 43, überliefert von Imran bin Hussein. Der Vers der Mutter wurde uns in Allas Buch offenbart. Darum praktizierten wir die Mutter gemeinsam mit Allas Apostel. Und weder wurde jemals ein Koranvers offenbart, der die Mutter verbietet, noch schaffte der Prophet sie bis zum Zeitpunkt seines Todes ab. Omar ibn al-Khattab legte lediglich fest, was ihm sein eigener Verstand riet. Kannst du bitte noch mal die Quelle nennen? Sahih al-Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadis 43, schlag das auf. Wahnsinn, ich brauche das selber für mein Thema. Ist das krass. Das ist natürlich heftig, ja. Das ist natürlich echt heftig. Dann hat dieser Omar... Mohammed, selbst praktizierte Mutter. Ihr seht doch, wie die sunnitischen Muslime allergisch reagieren gegenüber den Schiiten. Wenn man das erwähnt mit der Mutter-Ehe, dann sagt er, ja, das sind die dreckigen Schier, die machen sowas. Dabei beleidigen sie ihren eigenen Propheten, weil er sowas befohlen hat und selber praktiziert hat. Die Muslime führen einen eigenen Krieg gegen ihre Religion. Das ist das Kranke. Und nebenbei sagen sie, wir akzeptieren nicht alle Hadife, aber Allas Wort wurde durch ein Hadif abrogiert. Das ist ja noch schlimmer. Das ist eine Katastrophe. Von welchen Seiten willst du den Islam noch demolieren? Ihr merkt ihr nicht, wie angreifbar der Islam ist, weil der Islam einen menschlichen Ursprung hat und nichts mit Gott zu tun hat. Saibu Kadi, Band 6, Buch 60, Hadis 43. Das kann man sich gut merken. 6, 60, 43. Kennst du die ganzen Versen von Bukhari, wo Mohammed sagt, wie der Islam enden wird? Als ein Fremder und geht als Fremder, kam als Fremder und geht als Fremder. Wichtig. In einer anderen Überlieferung heißt es, er wird wie eine Schlange wieder zurück in sein Loch einkehren. Ja genau, wie eine Schlange, genau, da wo sie herkommt. Das ist Wahnsinn, dass er die Schlange benutzt hat. Da gibt es noch viele Hadife zu Sündenvergebung. Eidechsen um die Ecke bringen, Steine berühren. Die haben sehr viele Arten von Sündenvergebung. Das mit Eidechsen jagen. Umso besser du triffst, umso mehr Punkte bekommst du. Ja, widersprüchliche Aussagen über widersprüchliche Aussagen. Also man kann den Islam überhaupt kein bisschen mehr ernst nehmen. Nein. Der hält logisch nicht stand. Der hält von seiner Überlieferung nicht stand. Die Hadife nehmen den ganzen Koran auseinander. Hier, das ist der Leut. Ihr habt alle gefragt im Chat. Sayy al-Bukhari 1876. Allah mentioned the said, believe returns and goes back to Medina. Es ist Snake returns and goes back to his hole. When in danger. Von Abu Huraira. Das ist nicht irgendjemand. Unantastbar. Der hat die Hadise überlegt. Unantastbar. Abu Huraira ist unantastbar. Wenn die sagen, der Islam wird siegen, zeigt ihnen das hier. Ja, die Schieden nennen ihn immer Abu Hurerei. Abu Hurerei. Ich habe mir neulich deine Video angeguckt mit Abu Hamza, wo der Surah 65 Vers 4 bei allem nicht sagen wollte, was da drin steht. Ihr sagt, erklär Surah 65 mit Shia Hamza. Ach so, ja, das ist eine Katastrophe. Er wollte Surah 65 Vers 4 nicht erklären. Er ist immer zur Bibel gerannt. Wieso schämt ihr euch dann, Leute? Sag das doch einfach. Echt nicht. Echt nicht. Guck mal hier. Die Bitte der ersten muslimischen Nonne wurde abgelehnt. Schaut euch das mal an. Es wird von Imam Muhammad ibn al-Baqir, Friede sei mit ihm, berichtet, dass ihn eine Frau um die Erlaubnis zu einem Leben wie im Kloster bat. Er, der Imam, sprach, und was bedeutet die Keuschheit für dich? Sie sprach, nicht zu heiraten. Er sprach, und warum willst du nicht heiraten? Sie sprach, um Allah und um seine Segenwillen näher zu sein. Er sprach, mach das, mach das du wegkommst. Beschwinde, mach das du wegkommst. Mach das du wegkommst, warte. Mach das du wegkommst. Wenn es für Keuschheit einen Segen gäbe, dann hätte Fatima, Friede sei mit ihr, diesen Segen mehr verdient als du. Und keine Frau kann Fatima und ihren guten Werken das Wasser reichen. Ach so, das ist in den schiitischen Hadisen. Al-Kafi, Band 5, Seite 509. Heftig, ne? Boah, mein Handy ist am entladen, ne? Leute, hier haben wir noch was Witziges. Sayal Bukhari 6776 Abubakar und Mohammed haben hier einen Betrunkenen gefoltert. Ja? Ja. Sayal Bukhari 6776, hier. The Prophet lashed a drunk with a deadly and stalked and shoes. Also mit Schuhen und Dattelbrettern haben sie einen Betrunkenen und Abu Bakr auch. Guten Abend, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Sorry, ich bin gerade im Fitnessstudio, dadurch, dass ich euch jetzt rangenommen werde. Ich habe nur eine Bitte an euch, nur eine bitte, eine schnelle Bitte. Und zwar, ich sehe oft auf meiner TikTok4U diesen Shake Ufman. Könnt ihr mal bitte ein Video über den machen oder sowas? Okay, ich mach's gut. Mach's gut, neilio, Gott segne dich. Hallo Olli, Gott segne dich, Bruder. Hi, Gottes Segen, warte mal ganz kurz, ich würde mal die Kamera anmachen. Äh, wie macht man das denn? Speichern, ne? So? Ja, guck mal, weil du jetzt die Märchenstunde hast, dachte ich mir, äh, ich bearbeite mal was. Zack. So ungefähr, ja. Ja, genau, das meinte ich, den meinte ich, ja, genau, das meinte ich. Ey, so fühlen wir uns alle, wir hören dir alle zu, den Geschichtenerzähler. Nennt mich Dr. Schiek, aber Geschichtenerzähler abends für Fernseher. Ihr müsst mit mir einschlafen und mit mir aufstehen, habt ihr das kapiert? Ich kann nicht mehr, Mann, was man hier erlebt. Maschallah, Maschallah, Maschallah. Genau dieses Bild, genau dieses Bild hatte ich auch in meinem Kopf. Genau das, dieses Bild mit diesem Schaukelstuhl und ich sitze da mit dem Bogen und lese euch etwas vor. Hier, meine Lieben, kein Problem, hier sind schon mal die Kekse, da ist eure warme Milch. Setz mich dahin, Dr. Jeff Abouamin, möchte für euch eine schöne, gute Nachtgeschichte vorlesen. Hey, so lustig. Sehr gut gemacht. Der Kopftuchbild, genau. Das war es schon von mir. Alles klar, Oli, danke dir, Gott segne dich von deinem Familie, danke dir. Yo, Gottes Leben, wirst du an, schau, tschau. Ciao, ciao. Genau das Bild hat sich im Kopf und der Oli macht das auch noch heftig. Genau das Bild. Mann, hat er gut gemacht, das hatte ich. Ja, heftig. Ja, schön, seht ihr? Wir dürfen unseren Humor niemals verlieren. Von keinem dürfen wir uns das wegnehmen lassen. Lasst euch niemals euer Lächeln wegnehmen, ihr Lieben. Habt immer Freude, habt immer Spaß und seid immer bedacht, den Herrn zu loben, ehren und zu preisen, ihr Wunderfall. Armin, vielen, vielen Dank, dass du mir die Plattform gegeben hast. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, okay, danke. Vielen, vielen Dank. Ja, wir machen jetzt noch die tausend voll, ihr Lieben, dann gehen wir auch langsam. Ja, mit zehn Uhr, das reicht jetzt, komm. Dr. Scherer ist fix und fertig, platt. Der war den ganzen Tag unterwegs. Reicht, heute habe ich meinen Dienst wieder erledigt. Hast du Hadith, wo Allah auf dem Bett ist? Ja, habe ich. Hast du Hadith, wo Allah auf dem Bett liegt? Immer doch. Immer viel, viel Hadith. Immer viel, viel Hadith. Was ist das? Vielen Dank. Ich kopiere den, kopieren und ich gehe mal in den Live rein. Ich habe das hier für euch, ach ne, das geht gar nicht. Sobald ich einen Link hier rein einfüge... Danke, Urba. Gott, nein, Joe. Nächste Mal Tafsir Lauterbach, ja, der kommt auch noch, aber mit dieser komischen Stimme. Ja, das habe ich dir gesagt, das habe ich doch nicht so gemeint. Also wenn ich dir sage, dann muss ich doch mal ein bisschen was anderes meinen. Nächste Mal Tafsir Lauterbach, musst du auch genau die Lauterbach so reden, ey. Ich habe doch gesagt, wenn man die Wahrheit sagt, das ist doch der Tod, das ist doch der sichere Tod hier. Prost Mahlzeit, genau. Alexa antwortet, wo ist mein Bruder, dieser Abo-Hetz-Backe? Abo-Hetz-Backe. Hello, where are you? Abo-Hetz-Backe. Abo-Hetz-Backe. Al-Biontech, genau, die Sura Al-Biontech und Al-Faisa. Boah, das hört sich gut an, Sura Al-Faisa. Das könnte glatt eine Sura aus dem Koran sein, ne? Sura Al-Faisa. 500.000. 500.000. Halbe Million, siehst du, jetzt konnten wir wieder sehr viel erreichen, siehst du. 3.600 Leute von außerhalb, das ist alles primisch, das ist alles supisch. Sura Al-Faisa. Wo findet man den Covid-Naschid? Hier. Ihr müsst eingeben, Sura Covid oder sowas. Sura Corona. Das ist die Sura Corona. Das ist die Sura Corona. Das ist wichtig, gute Nachmusik. Das Grandiose ist, guck mal was der da sagt. Das hört sich an wie der Koran und dann sagt der So the infidels, the Kafirun, said it was a stubborn and disease. No, rather, it is a certain death. There is no difference today between the kings and the slaves. Absolut Wahnsinn. Das hört sich so echt heftig an. Glaubt mir, die meisten Leute würden gar nicht verstehen, dass es gar nicht eine Sura aus dem Koran ist, dass es einfach so von Atheisten erstellt worden ist, um die Lage von Corona zu beschreiben. Dass das so ein Virus aus China ist und dass man sich bald spritzen lassen muss. Das klingt authentisch, ja genau. Das ist heftig. 3% ist mein Akkuladegerät entlädt, ihr Lieben. Ich glaube, wir gehen jetzt langsam mal, aber sicher, ins Haier-Bubu-Bettchen, ne? Bei 10 Uhr, na gut. Ich esse noch ein bisschen was. Ich glaube, ich brauche mir noch ein bisschen was dem Band voll. Ich wünsche euch einen wundervollen, gesegneten Abend noch, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Sura, du ich war... Möge der Allmächtige Jesus Christus, der da ist, Gott der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist, euch wirklich Frieden in eurem Herzen geben. Und die Liebe in eurem Herzen ausgießen, auf das ihr weiterhin am Herrn festhaltet. Auf das ihr weiterhin am Herrn Jesus Christus festhaltet und wirklich mit ihm ein Leben lebt. Und egal, was ihr in eurem Leben macht, dass ihr niemals die Hand loslässt. Gute Nacht, danke dir, Kosinus. Gute Nacht. Haltet die Hand des Herrn Jesus Christus wirklich ganz, ganz fest und lasst sie in dieser schwierigen Zeit niemals los. Gottes Segen, ihr Lieben. Macht's gut. Bis morgen, so Gott will.